Diese Folge wird präsentiert von ThrillandKill.com, die Seite für Horrorfilme und Thriller. Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Nachdem wir eine lange Zeit keine richtig guten Exorzismusfilme mehr bekommen hatten, der beste, der mir immer noch einfällt, ist der Exorzismus von Emily Rose aus dem Jahre 2005, haben wir 2023 endlich einen richtig neuen Exorzistenfilm bekommen, der auch auf das Original basiert und sogar die Schauspielerin Ellen Burstyn mit zurückgeholt hat. Und seltsamerweise wird dieser auch von der gesamten Filmwelt zerrissen, was für mich ganz ehrlich gesagt ein Rätsel darstellt. Ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit der lieben Kira zu sprechen und ich freue mich sehr, dass sie endlich mit dabei ist. Hallo Kira. Hallo Alex. Na? Na? Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist irgendwie der Standardtext, ne? Das ungeschriebene Standard-Opening. Mein Gott, sag mal ganz ehrlich, wie lange planen wir das schon? Das sind doch Monate. Also vier Monate doch mit Sicherheit, oder? Ich glaube, dass es tatsächlich schon ein halbes Jahr her ist. Alter Schwede. Weil das war noch bevor wir umgezogen sind. Wann seid ihr umgezogen? April ging's los. März, April ging's los, ja. März, April, okay. Also noch nicht ganz ein halbes Jahr. Ja, aber wir haben ja aber auch davor, glaube ich, schon etwas länger, war es ja schon vorher her, als wir miteinander sprachen. Das hat sich ja echt dann ewig jetzt hingezogen. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal es verpeilt hatte, weil ich dann meine Tochter besucht hatte. Und da musste ich dir absagen. Aber ich glaube, das kam dir sogar ganz gelegen, weil ihr hattet, glaube ich, irgendwie noch kein Internet oder sowas. Erinnerst du dich? Richtig, richtig, genau. Ich habe dir geschrieben, um dir abzusagen und daraufhin hast du dann gesagt, oh, scheiße, ich habe es eh verpeilt. Und ich habe ein Wochenende mit meiner Tochter und dann haben wir irgendwie gleichzeitig was dazwischen gekriegt. Okay, was bin ich für ein Depp? Ich hätte doch einfach sagen können, oh, echt, Kira, wirklich jetzt. Mann. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, eigentlich schon. Nein, aber daran erinnere ich mich. Das ist schon zig Monate her, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt manchmal so Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wo es einfach nicht funktionieren will. Ja, ich denke da zum Beispiel jetzt gerade an die Daniela von Gothica neulich. Mit der hat es ja auch ein halbes Jahr gedauert, bis es endlich klappte. Oder mit Monika, mit der ich ja dann über Clown gesprochen habe. Bei der war das ja über ein Jahr, was das gedauert hat. Das ist verrückt. Ich mache in der Woche momentan vier Aufnahmen, manchmal sogar fünf. Ja, und bei allen klappt es. Aber dann sind da so gewisse Leute dazwischen, bei denen will es nicht funktionieren. Das ist einfach ein Irrsinn. Und deswegen war mir klar, dass ich diese Aufnahme heute mache. Und ich bin, und das hört man wahrscheinlich auch, nicht ganz gesund. Ich bin ein bisschen kränklich. Aber ich habe auch das nicht dazwischen kommen lassen. Du hast mir ja gestern angeboten, abzusagen, also zu canceln, weil ich krank bin. Aber ich habe gesagt, nee, 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 nee. Wir machen jetzt diese Aufnahme. Und wenn ich irgendwo am Krankenbett liege und meinen Kram mitnehme, wir machen diese Aufnahme heute. Ja, da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Ich freue mich riesig, endlich mit dir aufzunehmen. Ja, also mir geht es genauso. Und wir hatten uns ja auch damals schon darauf geeinigt, dass wir über Exorcist Believer sprechen, beziehungsweise Bekenntnis, so ist ja der deutsche Untertitel. Und ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut, dass ich ein bisschen kränklich bin. Weil wenn man schon über einen Film spricht, der um Besessenheit geht, dann kann man halt auch besessen klingen. Das ist eigentlich in Ordnung, oder? Ja, das passt doch. Passt perfekt, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal rein. Bevor wir allerdings loslegen, komme ich natürlich auch gleich nochmal zur Community. Ich habe natürlich gefragt, wieder einmal, wie die Leute den Film denn finden. Und ich würde dich aber erstmal gerne fragen, warum wolltest du denn eigentlich mit mir Believer besprechen? Und wie findest du den Film überhaupt? Reden wir jetzt deiner Meinung nach über einen guten Film oder über einen schlechten Film? Und warum hast du ihn vorgeschlagen? Also, den Film habe ich tatsächlich im Kino geschaut. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe damals viel zu früh den ersten Exorzisten gesehen. Also so gegen 13, 14 Uhr dann, oder wie? Nee, zu früh im Alter. Ach so, okay, war ein dummer Witz. Ich gebe es zu. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Nee, kein Problem. Aber ich feiere diesen Film. Und alles, was sich auch rund um dieses Thema betrifft. So generell Exorzismus oder Paranormal. Alles so um dieses Thema. Und ich habe den Film im Kino geschaut mit meinem Verlobten zusammen. Ich bin aus dem Film rausgegangen und weiß, ich habe vorher die Kritik gelesen und habe es einfach nicht gerafft, warum dieser Film so eine schlechte Kritik bekommen hat. Man muss das meiner Meinung nach irgendwie anders anschauen. Viele, viele sagen, ja, okay, das hat ja was mit dem ersten Film zu tun. Hat es ja auch im Endeffekt. Nur man muss so ein bisschen mit der Zeit denken, gehe ich mal davon aus. Fazit, ich fand den Film sehr, sehr, sehr emotional. Und das hatte ich vorher bei einem Exorzistenfilm nicht so stark wie bei diesem Film. Mhm, okay. Das hat mich sehr abgeholt. Und da komme ich später auch nochmal darauf zurück, dass dieser Film eine Lehre hat. Und das ist in Horrorfilmen ja eigentlich relativ selten, dass man so eine richtige Lehre, wo du wirklich so gesellschaftskritisch drauf zurückgreifen kannst und wirklich noch lange drüber nachdenkst. Und das hat mich sehr beeindruckt an dem Film. Ich habe natürlich auch einige Sachen, die ich kritisiere, aber das ist dann wirklich so vom Filmischen her und nicht von der Story. Okay, interessant. Okay, alles klar. Ja, ich habe den Film erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal geschaut. Ich habe ihn geguckt, als ich in der Bahn war auf dem Weg nach Berlin Anfang Juni, wo ich mich ja dann auch mit Anja getroffen habe und ihrer Freundin gemeinsam, weil ich ja auf einem Konzert dort war. Ja, und ich hatte ihn vorher angefangen zu Hause, habe die zweite Hälfte dann, wie gesagt, in der Bahn geguckt. Das ist natürlich nicht der perfekte Ort, um so einen Film zu schauen. Aber bevor ich gar nichts gucke, schaue ich mir den an. Ich gebe zu, dass ich nichts Gutes erwartet habe. Ich dachte mir, scheiße, schon wieder so eine Fortsetzung, die dann letzten Endes Müll ist. Und ich wusste ja auch, dass es der gleiche Regisseur von den drei Halloween-Filmen ist. Und ich habe Halloween Ends noch immer nicht gesehen. Und ich weiß aber, dass es eine ultimative Scheiße sein muss. Und das haben mir bis jetzt auch alle bestätigt. Ich habe in den drei Jahren, die ich diesen Podcast jetzt mache, noch nie einen Film besprochen, der so ungerechtfertigt zerrissen wird. Das ist schon irgendwie erschreckend. Und was hier für Gift verspritzt wird, diesem Film gegenüber, das ist einfach in meinen Augen wirklich nicht richtig. Es gibt viel beschissenere Filme und schlechtere Fortsetzungen. Und wenn das, was der Regisseur hier falsch gemacht hat, also bei Halloween, finde ich, hat er hier eigentlich ganz richtig gemacht. Ich war völlig überrascht, einen Film zu sehen, der sowohl Grusel hatte, Spannung, unangenehme Momente. Und ich kann mich hier nicht hinsetzen und so abgefuckt jetzt hier ablästern, wie es andere machen, verstehe ich einfach nicht. Und dann kommt bei mir auch die Frage natürlich auf, was zum Teufel wollt ihr eigentlich? Mal ganz ehrlich, guck mal, der erste Exorzist von 73 ist ein Kultfilm, völlig zu Recht. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, bietet der Film ja jetzt nicht so viel Abwechslung. Der Film, glaube ich, geht 48 Minuten, bis er zum ersten Mal gruselig wird. Also das habe ich damals abgemessen, als ich ihn damals auf DVD hatte, irgendwann Ende der 90er. Also natürlich hat er vorher mal seine spannenden Momente, aber bis das erste Mal so diese Besessenheit zum Vorschau kommt, ja, vor Schein kommt, ist der Film fast 50 Minuten am Laufen. Vorher haben wir nur Krankenhausbesuche und auch teilweise zusammenhanglos erzählt. Also ich habe das auch in der Folge damals mit Dennis gesagt, dass viel erzählt wird, aber nicht gezeigt wird. Also who the fuck ist eigentlich Berg? Ich meine, mittlerweile ist mir das klar. Aber damals, wenn man das beim ersten Mal guckt, dann wird immer über Berg gesprochen. Keine Ahnung, wer Berg ist. Also zumindest ging es mir damals so. Es hat dann erst ewig gedauert, bis man mal so richtig verstanden hat, über wen er die ganze Zeit gesprochen wird. Und dann ist dann diese Sache in dem Bett, jetzt mit der bekannte Kruzifix-Szene und die Kopfturn-Szene. Und danach kommen die zum Exorzismus. Und das war's. Also wenn man ganz ehrlich ist, bietet der Film ja gar nicht so viel Abwechslung. Und jetzt haben wir hier Believer, der 50 Jahre später kommt, der uns nicht das Gleiche bietet, sondern sogar mehr. In dem Sinne von, die Mädchen, die verschwinden, die kommen auf einmal wieder. Wo waren sie? Plötzlich werden die komisch. Dann werden sie besessen. Dann gibt es so viele verschiedene Facetten, die der Film durchläuft. Und dann natürlich auch das Intro nicht zu vergessen. Dass ich hier nie gelangweilt war. Und eigentlich von Anfang an in der Story drin. Und wenn man, weißt du, der Exorzist von damals ist halt einfach der erste Teil. Und der wird immer der ultimativ mega geile Teil sein. Und egal was kommt, es wird immer zerrissen. Auch wenn es eigentlich gut gemacht ist, gut gespielt ist und auch eigentlich wirklich ein super guter Film ist. Die Fans des ersten Teils werden immer sagen, der Film ist scheiße. Egal was man auf die Leinwand bringt. Und ich sag ganz ehrlich zu all den Kritikern da draußen, was wollt ihr denn dann? Der Film hat doch das geboten, was man von einem Exorzisten für möchte. Er hat Grusel, Spannung. Er hat besessene Kinder, hier in dem Fall wieder einmal. Er hat Brutalität. Er hat einen Exorzismus. Er hat doch alles. Also was soll ein Exorzismus-Film denn sonst bringen, wenn das, was wir jetzt mit diesem Film bekommen haben, falsch ist? Also es will mir nicht in den Kopf. Ja, korrekt. Sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Nein, alles gut. Ich wollte dich erst mal aussprechen lassen. Aber ich hake mich direkt da ein. Und da gebe ich dir zu 100.000 Prozent recht. Alles, was du gesagt hast. Und ich finde sogar, dass in diesem Film, da möchte ich aber später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir an der Stelle sind. Und da hatte ich wirklich Gänsehaut im Kino. Ja. Weil ich sagen muss, dieser Film hat das erste Mal etwas verbildlicht, was wir vorher in einem Exorzisten-Film meiner Meinung nach noch nie wirklich gesehen haben. Mhm, okay. Aber das sage ich nachher nochmal. Sagst du nachher dann. Okay, bin gespannt. Wenn wir an der Stelle sind. Okay, in Ordnung. Dann vergiss es nicht. Ja, ich bin neugierig. Ich habe natürlich einige Kommentare bekommen bei Insta und habe unter anderem auch mit einem Teilnehmer kurz Sprachnachrichten diesbezüglich ausgetauscht. Und der meinte zu mir, der wäre dahingerotzt und nichts Halbes und nichts Ganzes und halb gar und dem kann ich halt so einfach nicht ganz nachvollziehen. Ich muss aber eine Sache hier wirklich sagen. Die haben sich mit diesem Film natürlich jetzt nicht getraut, so extrem derbe zu werden. Wie jetzt zum Beispiel Kruzifix unten rein. Ist klar, das wissen wir alle. Das ist eine Szene, das kannst du heute so, glaube ich, nicht mehr machen. Man will da nicht so übertreiben. Die Leute sollen ins Kino gehen heutzutage. Heute ist das Geld wichtig und sowas kannst du heute nicht mehr machen. Aber der Film hat sich eins getraut, was tatsächlich sich der Exorzist von damals nicht getraut hat. Und zwar, dass das Kind stirbt. Damals war ganz klar von Anfang an, Regan wird überleben. Dass Karas stirbt und Maren stirbt und auch der Berg noch stirbt, die besoffene Volleule. Und auch, wer stirbt denn noch eigentlich in dem Film? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, dass die Männer alle sterben drumherum, ist egal. Aber das Mädchen muss überleben. Sonst geht das nicht. Das kann ich aber auch verstehen. Wenn jetzt am Ende des Films, weißt du, beide Mädels, wie im ersten Teil, vor 50 Jahren geweint hätten auf dem Stuhl und gesagt hätten, oh, Mami, Mami und alles wäre gut, dann hätte man gesagt, das wäre genauso wie damals. Also, dass sie hier diesen Schritt gegangen sind zu sagen, dass ein Mädchen umkommt, damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat mich der Film gepackt. Und gerade, wenn man natürlich ein Kind im gleichen Alter hat, ist das nicht ohne. Das glaube ich dir. Klar, man geht davon aus, dass irgendwas passieren wird. Und dass vielleicht eines der Kinder irgendwas Tragisches auch passieren wird. Aber dass es dann tatsächlich passiert, damit habe ich auch, wie gesagt, nicht gerechnet. Und war auch echt ein bisschen schockiert. Und ich denke mal, ich werde nachher noch ein paar Fragen dir stellen, weil dieser Film ja auch diese Beziehung Vater-Tochter extrem in den Vordergrund stellt und damit auch so einen nationalen extremen Mehrwert hat. Wo man dann wirklich am Ende eigentlich heulen muss und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil es so tragisch ist. Bringt dich der Film dann wirklich zum Weinen am Ende? Also macht er dich traurig am Ende? Ich muss dazu sagen, ich bin sehr empathisch und sehr, sehr gefühlvoll und kann mich sehr stark in Rollen reinversetzen. Und es kommt bei Filmen immer, immer häufiger vor, dass ich heule. Ich weiß auch, dass ich im Kino an zwei, drei Stellen geweint habe. Beziehungsweise mir kullerte eine Träne so. Also mich hat der Film schon sehr traurig gemacht und auch zum Weinen gebracht. Gestern habe ich den Film nochmal aufgefrischt nach dem Kinoerlebnis. Und ich habe auch wirklich zweimal kämpfen müssen, dass ich da nicht wieder sehr emotional werde. Ende des Films oder auch? Auch in der Mitte. Das ist auch ein Thema, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. Und am Ende ist es natürlich sehr emotional. Das stimmt. Ich finde diese Szene am Ende, ich komme natürlich nachher drauf, aber ich sage es jetzt trotzdem schon mal. Als sie Linda Blair zum Ende dazugeholt haben, die übrigens furchtbar aussieht. Also ich weiß nicht, was die mit sich gemacht hat, aber die hat sich doch irgendwie operieren lassen, oder? Bisschen. Sie sieht schlimmer aus, als die 90-jährige Oma daneben. Ja, das muss man schon sagen, ne? Ja, für mich auch. Wahnsinn, oder? So viel dazu. Aber als sie dazukamen und sowas und sie sich dann in den Arm nehmen, da muss ich ganz ehrlich sagen, mich berührt diese Szene auch, aber nicht, weil hier die Regan wieder zu ihrer Mutter gekommen ist. Das ist nicht der Grund, warum ich da emotional berührt bin. Sondern, weil die Schauspielerin Linda Blair diese alte Frau, mit der sie als 13-Jährige gedreht hat, immer noch sehen kann und sich mit ihr unterhalten kann. Und das muss für beide Seiten so unfassbar sein, dass, weißt du, guck mal, diese Frau, die ist über 90, du hast das gerade gesagt, und dass die sich tatsächlich mit ihr so viel, also 50 Jahre später noch unterhalten kann über den Dreh von damals. Wer kann das schon behaupten? Und das macht es für mich emotional, dass Linda Blair und Alan Burstyn nach 50 Jahren wieder zusammengekommen sind. Und nicht, dass Regan ihre Mutter jetzt doch wieder kontaktiert hat. Das interessiert mich in Furz, ja. Also das ist viel zu wenig, nur weil sie das in drei Szenen erwähnt, weißt du, im Film, ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Das interessiert nicht. Da würde ich tatsächlich schon mal den ersten Fact raushauen. Ja, dann hau mal einen Fact raus. Eigentlich wolltest du erst am Ende machen, aber wenn du jetzt gerade das Thema angeschnitten hast, passt das super. Ja, dann mal los. Kann natürlich auch sein, dass du es schon gewusst hast. Wusstest du, dass Alan überhaupt gar nicht wusste, wer gerade in den Raum reinkommt, tatsächlich in Real Life während der Dreharbeit? Du, nein, das wusste ich nicht. Ist das tatsächlich so? Das ist tatsächlich so. Sie haben ihr ja die Augen verbunden aufgrund der Szene, wo sie die Augen ausgestochen bekommt. Und sie haben ihr tatsächlich die Augen so verdunkelt, dass sie nicht sehen konnte, wer reinkommt. Und ich glaube, Bartholomeo haben die ihn genannt. Ja, jetzt kommt gleich Bartholomeo rein, aber du fragst, Victor, sind sie es? Okay. Dann ist ja auch kurz Stille. Sie fragt, Victor, bist du es oder sind sie es? Und dann schreitet sie ja erstmal, also Linda Blair schreitet dann erstmal so ein paar Meter vor und dann sagt sie, nein, Mom, ich bin's. Und diese Reaktion von Alan Burstyn ist real. Sie wusste nicht, also es wusste nur, dass Make-up und natürlich auch hier Kostüm und Produktion so im ganz kleinen Kreis, wusste das eigentlich nur die Leute, dass halt Linda Blair tatsächlich dann auftaucht und Teil der Endszene ist. Ach ja, aber hättest du das nicht im Drehbuch schon gelesen haben müssen? Ich weiß ja nicht, wie die das machen. Manchmal schreiben die ja, also es kommt ja immer häufiger vor, dass solche Reaktionen live gefilmt werden, wenn sie halt Wirklichkeit sind, um die Emotionen der Schauspieler halt richtig einfangen zu können. Dass sie halt auch extrem echt drüber kommen. Und da, das Gefühl, was du da bekommen hast, diese Emotionen, das ist halt mit Sicherheit auch dann in dem Sinne des Regisseurs gewesen. Aber es hätte natürlich die Gefahr bestehen können, dass sie aus der Rolle fällt und dann tatsächlich Linda sagt und nicht Regan. Und auf der anderen Seite war ja auch die große Frage, hätte sie überhaupt an der Stimme erkannt, dass es wirklich Linda Blair ist? Es hätte ja auch eine andere Frau sein können, die sie da reinkommen lassen, die jetzt ihre Tochter spielen sollte. Aber das ist natürlich trotzdem ein Hammer, das wusste ich nicht. Das ist ja wirklich Wahnsinn, da haben sie sich ja echt überrascht mit. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Information. Dann würde ich sagen, komme ich doch mal zur Community, mal sehen, was die sagt, okay? Yes. Also, ich habe natürlich die Community wieder fleißig gefragt und ich habe das ja gerade eben gesagt, dass ich es nicht verstehe, wie ein Film so falsch bewertet sein kann. Das habe ich also echt noch nie erlebt, egal ob er gut bewertet wird, obwohl er scheiße ist oder umgekehrt. Jedenfalls sind die negativen Kritiken schon sehr extrem. Da kommt also zum Beispiel, der war echt schlecht. Macht alles falsch, was das Original richtig gemacht hat. Grottige Fortsetzung. Anfangs spannend und gut gemacht, zum Schluss hin eher enttäuschend. Einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Groß angekündigte Enttäuschung. Kann man sich angucken, aber ist kein Hit. Steht Exorzist drauf, aber kaum Exorzist drin, leider Käse. Ich verstehe diese Aussage nicht, weil wir am Ende 20, 25 Minuten Exorzismus haben. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nee, der war richtig mies. Langweilig. Kein Grusel, keine Spannung. Und das ist, das stimmt nicht. Kein Grusel, keine Spannung. Der Film hat die ersten 30, 45 Minuten sehr viel Gruselmomente. Gerade mit dem Mädchen, die da so verschwindet und dann wieder auftaucht auf einmal. Ich finde das alles andere als unspannend. Oder wie siehst du das? Kann ich bis jetzt nicht sagen. Also zu keinem der Kommentare würde ich sagen, dass ich da zustimme. Ja, das geht mir auch so, ja. Zum Kotzen. Langweilig, unsinnig und kein Vergleich mit dem Original. Das größte cineastische Verbrechen seit Halloween Ends. Danke David Gordon Green für viermal nichts. Besser als erwartet. Hat mich gut unterhalten. Wow, das war mal positiv. Erstaunlich. Yay. Yay. Hatte mir mehr erhofft. War aber dann doch enttäuscht. Ich war so gerührt, dass Regan, der mit dabei war, hab's so geweint vor Ergriffenheit. Ich liebe es. Kann man mal gucken, ist aber nichts Besonderes. Erwartung runterschrauben und dann geht's auch. Geiler Streifen, hab ihn im Kino gesehen, hat sehr gut gewirkt. Nicht schlecht, aber kommt nicht an das Original heran. Hat vielversprechend angefangen, jedoch dann ziemlich nachgelassen. Ein echter Klassiker. So, Katastrophe und eine wirkliche Unverschämtheit gegenüber dem Original. Ziemlich vorausschaubare Handlungen und Entscheidungen, aber so an sich ein netter Zeitvertreib. Oh Gott, der ist so schlecht. Der ist ganz okay, aber mehr nicht. Ist das nicht krass? Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so viele schlechte Kritiken vorgelesen habe. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also wenn ich daran denke, dass ich bei Haus der Tausend Leichen so viel positiven Kram vorgelesen habe und ich hier mit mir kämpfen musste, dass ich nicht durchdrehe, das will mir nicht in den Kopf. Ganz ehrlich, das will mir nicht in den Kopf. Also ich hab schon echt Schund besprochen hier, der wirklich gut bewertet wurde von euch allen da draußen. Und ein Film, der, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich das bietet, was man erwartet, aber dann trotzdem so niedergerissen wird, ich kann's nicht verstehen. Ja, ich kann, ich wirklich, ich auch nicht. Ja, was macht man da? Wir besprechen den jetzt und danach werden die Leute sich wundern, was sie da eigentlich nicht gesehen haben. Ja, ganz genau, was sie verpasst haben. Genau so ist es. Korrekt. Korrekt, ja. Okay, alles klar. In Ordnung. Also, der Film beginnt ja in, und ich habe gestern kurz weggeguckt, in welchem Land fängt er an? Äh, in Haiti ist das. Okay, alles da. Das hatte ich nämlich nicht auf dem Schirm. Und da haben wir ja unsere beiden, also unseren Hauptdarsteller, den Viktor. Und der ist mit seiner Frau, hört man eigentlich ihren Namen mit Sicherheit, ne? Aber ich, ähm... Äh, Serene heißt sie. Serene, lese ich gerade auch, genau. Er ist mit seiner Frau, hochschwangeren Frau Serene, im Urlaub auf Haiti. Und, äh, ja, die laufen da halt rum. Er ist am Fotografieren, sie ist so am Spazieren. Wie gesagt, ist hochschwanger, bestimmt schon 8. oder 9. Monat. Und, ähm, sie sieht ja dann so die ganzen, ähm, ähm, ja, Bräuche, die da so sind, ne? Also, da werden halt viele, ähm, Gesänge dann gemacht. Und die Leute wollen sie dann halt mitnehmen. Wollen natürlich auch ihr Geld, logischerweise. Das ist natürlich auch klar. Und dann meinen sie ja dann auch sowas wie, kommen wir, wir machen was, irgendein Ritual für das Baby, dass es gesund bleibt und gesund wird und was da so kommt. Ähm, ich hab mit solchen Bräuchen, davon halte ich nichts. Also, ich lass mich auch im Urlaub nicht irgendwie reinziehen, irgendwo um mir was andrehen. Ich, ich, äh, bin da immer ganz schnell weg. Also, ich hab da immer ganz schnell kein Interesse. Ich, ich kann sowieso nicht leiden, wenn man angelabert wird im Urlaub. Ich find das ganz furchtbar, wenn du in einem Restaurant sitzt auf einer Terrasse und du hast irgendwelche Leute da rumlaufen, die dir was verkaufen wollen. Das ist furchtbar. Also, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und, äh, das ist wirklich so. Ich war einmal in Lateinamerika, das war eine Katastrophe. Eigentlich kannst du da nur Anlagenurlaub machen, weil wenn du einmal rausgehst, du hast irgendwelche Finger in den Haaren, die dir die Haare flechten wollen. Oh, furchtbar. Wenn du mit einem Auto unterwegs bist, wollen die dir die Scheiben waschen. Und, äh, sie ist sehr, sehr mutig, ne, dass sie da überhaupt, also, wenn ich hochschwanger bin und, weiß nicht, würde ich da nicht irgendwie durch irgendwelche kuriosen Gänge laufen und mich da von irgendwem segnen lassen. Ja, das stimmt, absolut. Würde ich mir wahrscheinlich auch geben lassen. Ich bin da sehr empfänglich für, für so ein Thema, aber wahrscheinlich nicht gerade im Urlaub irgendwo alleine, wo ich mich da hinschleppen lassen würde. Das ist richtig. Ja, geht mir ganz genau so. Ähm, geht mir genau so. Ich, ich find das ja eigentlich ganz nett, was sie da mit ihr machen und sowas auch. Vielleicht findest du das auch ganz nett. Also, ich hab ja ehrlich gesagt, als, äh, die Alte ihr auf die Füße gerotzt hat, da gab's so, gab's so einen Punkt, wo ich sagte, okay, ich glaub, da wär ich jetzt raus. Ich, ja, muss ich direkt reingrätschen. Ist dir aufgefallen, wie extrem oft man in diesem Film Füße sieht? Nee, eigentlich nicht. Ich hab das Gefühl, in jeder Szene sieht man einmal einen Fuß. Also, es ist wirklich, äh, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen empfindlich auf Füße bin. Ich find, das ist jetzt nicht so, es gibt ja den einen oder anderen, der Füße vielleicht ganz fantastisch findet. Das ist auch voll in Ordnung, aber für mich ist das nix. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich aufgefallen, dass so oft Füße im Vordergrund sind. Muss man drauf achten. Ja, verrückt. Ist mir so tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, es ist ja, das mit, davon hört man ja oft, ne, Fußfetisch, das ist ja etwas, das ist ja echt, äh, total bekannt, ne. Aber ich versteh's aber auch nicht. Also, Füße sind doch, können doch so abartig sein, können so ekelhaft sein, ne. Boah, nee, lass mich mal nicht drüber reden. Gott, ich will gleich ins Mikrofon. Nee, das muss nicht sein. Dann wechseln wir schnell das Thema. Also, es ist ja so, dass sie ja dann da rumläuft, dann trifft sie ja auch ihren Mann, Viktor, und dann sind sie zusammen in der Kirche. Und ich glaube, er möchte ja irgendwas fotografieren gehen, ne. Also, vielleicht den Sonnenuntergang oder so. Und sie ist aber fertig. Ich möchte die Stadt von oben, ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Die Stadt von oben. Ja, und dann ist es ja so, dass sie ja dann im Hotel bleibt, weil sie sich halt auch mal hinlegen möchte, ein bisschen Ruhe. Und sie ist dann alleine im Hotel, er ist unterwegs. Und dann kommt auf einmal, ja, ein Erdbeben. Die Erde bebt, es ist wirklich Hölle auf Erden auf einmal. Es gibt extrem Unfälle. Und dann muss er ja von außen zusehen, wie dieses Hotel, das ja eigentlich ein schönes Gebäude ist, ja, für die Gegend, wo das ist, plötzlich reißt. Also, wirklich zusammen. Also, da kommen ja riesige Risse drin und sackt dann auch teilweise ab. Also, ganz schlimm. Seine Frau möchte ja fliehen, logischerweise ist ja auch im Treppenhaus. Aber dann brechen die Treppen dann unter ihr ab oder auch zusammen. Er rennt ja dann in die Ruine rein und ruft ja dann auch nach ihr, Serene, Serene. Und dann sieht er sie aber irgendwie dann doch schon mehr tot als lebendig, ne? Weil die, die hat zwar die Augen auf, aber reagiert kaum auf ihn, ne? Also, ganz schlimmes, schlimme Sache. Und in der nächsten Szene ist es ja auch dann schon so weit, dass er ja dann beim Arzt ist, ne? Wo ihm ja dann gesagt wird, ich glaube ja nicht, dass das möglich ist, oder? Kann man als Frau, als schwangere Frau so verletzt sein, dass man entscheiden muss, entweder das Kind oder die Frau? Gibt es so eine Verletzung, dass man nach der OP dann einen von beiden verlieren muss? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das geht. Also, ich glaube nicht, dass es eine Entscheidungsfrage ist, sondern eher so ein, es könnte passieren, dass im Worst Case einer von beiden stirbt. Und dann können sie natürlich präferieren, wen sollen wir dann eher retten, deine Frau oder das Kind, aber nicht so als Vorentscheidung. Ja, genau. Ich muss da auch tatsächlich sagen, wenn ich im Urlaub bin und mir passiert irgendwas, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht den ersten Arzt, der mir sagt, entweder deine Frau oder dein Kind, würde ich sagen, jo, alles klar, meine Entscheidung ist gefallen. Nein, sondern vielleicht würde ich dann trotzdem schauen, ob es eine Notrettung gibt. Aber ich glaube, dass bei so einer Entscheidung würde ich dann doch eher schauen, dass man eine zweite Meinung dazu holt. Klar, es kann natürlich sein, dass es kurze Zeit gefällt werden muss. Genau. Nicht viel Zeit bleibt, aber naja. Es ist halt Zeitmangel ohne Ende, das ist natürlich wahr, ja. Na gut, er muss sich jetzt entscheiden und das Bild blendet aus und wir sind jetzt 13 Jahre später und es ist sehr offensichtlich, dass seine Kleine ja auch noch da ist, aber seine Frau eben nicht. Ich habe natürlich auch überlegt, ich glaube, jeder Mann, der das geguckt hat, hat sich mal gefragt, wie er sich da entscheiden würde. Würde man sich für das Baby entscheiden oder für die Frau? Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich werde sie euch aber nicht erzählen, das behalte ich für mich. Schade, ich wollte dich eigentlich danach fragen. Ja, egal was ich sage, entweder heißt es, was ein Assi, der lässt sein Kind sterben oder was ein Assi, der lässt seine Frau sterben. Also man kann nur verlieren, deswegen, jeder hätte da seine eindeutige Entscheidung oder seine Wahl, aber man will natürlich niemals in dieser Wahl sein. Also vermeintlich ist es ja so, dass er sich ja dann für die Kleine entschieden hat. Das ist ja das, was wir jetzt ja wohl glauben, weil wir ja auch ihn jetzt sehen mit ihr. Und sie heißt Angela, ist 13 und er wohnt mit ihr gemeinsam und sie frühstücken zusammen, haben auch ein gutes Verhältnis, wie es aussieht. Und er fährt sie zur Schule. Und wir haben ja dann noch die Nachbarin, die kurzzeitig sich zeigt. Das ist die Anne. Und die ist, ja, so ein bisschen am Motzen mit ihm, ob er vielleicht nicht mal den Müll rausstellt oder die Tonne zurückholt, eins von beiden. Weil es wäre ja schon schön, wenn mal der Müll auch mal da von der Straße wäre. Aber das ignoriert er so um den Dreh. Alte soll reden, gehen wir nicht auf den Sack. Ja, und dann haben wir ja auch dann noch die, im Wechsel an der Schule sind wir ja dann jetzt bei der Miranda und Stuart. Und das sind ja die Eltern von der Hannah. Die ist ja auch wahrscheinlich so um die 13 und bringen die ebenfalls zur Schule. Das heißt, wir lernen jetzt hier unsere beiden Hauptcharaktere kennen, also unsere Hauptmädels und auch ihre Eltern logischerweise. Und auch Geschwister. Ja, da muss ich ehrlich sagen, man sieht direkt den Unterschied. Das haben die so clever gemacht. Man sieht den ganzen Morgen von Victor und Angela und das ist so total harmonisch. Die albern rum und dann geht diese Autotür von dieser Familie auf und ich sage dir, direkt friert mein Uterus ein. Da habe ich ja gar keinen Bock auf Kinder, wenn ich das sehe. Das hast du sehr schön gesagt. Also komplett das Gegenteil. Ja, oder? Das hast du zauberhaft gesagt. Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Da hat man wirklich irgendwie nicht so Bock drauf. Ja gut, die ärgern sich die ganze Zeit. Und einer von den, meine ich, hat auch, glaube ich, einen Stift in der Hand, wo ich mir dachte, alter Schwede, mach den Stift, bevor den jemand im Auge hat, Mensch. Also, die wird da gedisst, die Hannah von ihren Geschwistern und so und hört jetzt auf. Und meine Güte. Na gut, Tür geht auf und Hannah wird dann auch rausgelassen und geht ja dann auch los. Äh, ich glaube, ich glaube, du vertust dich gerade, ne? Hannah ist die Schwester von Catherine. Okay, ist das kleine Mädchen. Ja, Catherine, du hast recht. Ach Gott, die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die ist so wenig zu sehen. Genau, Catherine ist dann die Größere. Richtig. Und dann haben wir ja dann auch einen Szenenwechsel. Ne, ich meine, die reden ja noch miteinander darüber, dass sie ja nach der Schule weggehen werden. Also, sie werden ja wohl zu einer Freundin gehen. Also, wahrscheinlich erzählt ja die Angela ihm, dass er, dass sie halt wohl zu Catherine gehen wird. Und Catherine erzählt wiederum, dass sie zu einer anderen Freundin gehen wird. Also, die behalten ihre Freundschaft sogar geheim. Ne, so, ne? Das sagt ja auch später die Mutter. Ja. Dann ist ein Szenenwechsel. Wir haben Viktor beim, keine Ahnung, Trainieren oder sowas. Er ist beim Boxen, ist er. Und dann haben wir auch dann Schulschluss und alle Kinder steigen in den Schulbus ein. Nur die beiden Mädchen machen das nicht. Magst du ein bisschen erklären, was sie hier vorhaben? Was sie eigentlich hier planen? Genau. Wir haben ja am Morgen schon gesehen, dass eigentlich unsere Angela den Schal mitnehmen wollte, ihrer Mutter, weil die zwei eine Seance vorhaben. Die wollen wohl da ein bisschen Hexe spielen. Man sieht ja auch, dass Catherine so ein à la Jennifers Buddy Move macht mit ihrem Feuerzeug an der Zunge. War so ein kleines Easter Egg, fand ich ganz süß. Aber die machen sich jetzt natürlich auf den Weg, um mit ihrer Mutter Kontakt aufzunehmen. Um eine Seance zu halten. Dafür gehen die natürlich in den Wald. Gibt ja nichts Besseres. Gehen ihres Weges. Gehen ihres Weges und finden ja dann diese, ja, was ist das eigentlich? So ein Untergrundtunnel. Warum ist da ein Tunnel im Wald? Ich weiß nicht. Ist das ein Teil von einer Ruine? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber das kann man eigentlich so erklären wahrscheinlich. Ein, ein, was weiß ich, mehrere hundert Jahre alte Ruine, die da wahrscheinlich mal Gebäude, was da mal stand. Und das ist noch so ein altes Kellerding wahrscheinlich. Durchgang, irgendwie sowas. Ja. Und die halten das für eine gute Idee, genau da reinzugehen. Richtig. Würde ich genauso machen, ja. Das finde ich furchtbar. Wenn du in so, weißt du, wenn du dich irgendwo im Wald bist und setzt dich vielleicht auf einen Baumstumpf, okay. Aber irgendwo runterkrechseln, wo es nass und feucht ist und Insekten und weiß Gott für Tiere und ach, da kannst du mich nicht hin. Da bin ich wirklich pingelig. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Ja. Und ich glaube, jedes andere Mädchen, was da, weiß ich nicht. Und die eine kommt ja aus einem relativ guten Haus. Ja. Ich glaube, ich hätte mehr Angst vor meiner Mutter, dass ich dreckige Schuhe habe, als vor einem Dämon, der mich einnimmt. Ja. Gut, ich meine, damit rechnen die ja nicht. Die haben ja vor, diese Seance sollte ja eigentlich eher nur jetzt ihre Mutter wohl holen oder zum Vorschein bringen, weil die ja weiß, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt starb. Die waren im Urlaub in einem Unfall beziehungsweise in einem Erdbeben verwickelt. Und das ist ihr ja bewusst. Und natürlich fragt sie sich halt auch, je älter sie wird, was war ihre Mutter für eine Frau? Genau. Und deswegen möchte sie mit ihr gemeinsam halt gucken, dass sie sie zum Vorschein bringen können, um sich mit ihr zu unterhalten. Währenddessen sehen wir ja dann auch Viktor bei der Arbeit. Er scheint ja Fotograf zu sein und macht ja genau das, was ich ebenfalls erlebt habe. Alle, die da draußen fotografieren beruflich, ich fühle mit euch, es ist furchtbar. Es ist furchtbar, Kinder zu fotografieren. Ich habe ja auch Beauty-Shootings gemacht, lange Zeit. Das war so 2013 rum, 14. Und habe irgendwann gesagt, ich habe das gerne gemacht, wirklich gerne gemacht. Aber auch das hat mich dann irgendwann gelangweilt, immer kleine Möchtegern-Models zu fotografieren. Und wenn die dann halt um die Ecke kamen und wollten dann Baby-Shooting oder Familienshooting, ach nee, ich sage es dir, das hat mich auch angekotzt. Weil du immer irgendjemanden dazwischen hattest, der oder die nicht hören konnte oder nicht wollte oder eine Fresse gezogen hat. Weil die Sache ist ja die, wenn die Personen scheiße gucken oder wenn das Kind sich nicht benehmen kann, dann ist letzten Endes, sind die Bilder scheiße? Dann ist die Familie nicht zufrieden mit den Fotos. Und dann fängt irgendwann die Diskussion an, aber dafür möchte ich nicht bezahlen. Weißt du, und dann, ja, weißt du, hast du die Diskussion. Natürlich kannst du nichts dafür, wenn dein Kind sich nicht benehmen kann, weißt du. Aber es ist genauso wie bei Hochzeitsfotografie, weißt du. Die erwarten wunderschöne Hochzeitsfotos im Freien, jetzt regnet es den ganzen Tag. Jetzt heißt es am Ende, ja, wir haben aber keine schönen Bilder draußen gemacht bekommen. Und auf solche Diskussionen, ich sag's dir ganz ehrlich, da hatte ich keine Lust mehr zu. Und deswegen fotografiere ich auch schon seit Jahren nicht mehr. Also, das konnte ich nicht mehr. Da war ich mit beim Nerven am Ende irgendwann. Kann ich verstehen. Man sieht ja auch da, was für einen besonders tollen Tag er hat, da auch mit der Baustelle vor der Tür. Da hätte ich nach so einem Tag, hätte ich absolut keinen Bock mehr. Ja. Also, der fängt ja schon gut an bei ihm, der Tag. So ist es. Ja, wir haben ja dann diese Montage, muss ich auch noch mal sagen, dass da halt eine Familie ist und dass das Kind halt die ganze Zeit überhaupt nicht hört und immer rumspringt und Faxe macht, Grimassen schneidet. Und er ist halt einfach fertig mit der Welt, ja. Er kann nicht mehr. Ja. Okay. Naja, und dann gibt's ja irgendwann auch diesen Moment, dass man sieht, dass auf seinem Laptop die Bilder irgendwie verschwommen sind, aber auf dem großen Bildschirm nicht. Das ist irgendwie komisch, ne? Entweder alles oder nix. Warum nur auf einem Gerät? Ja, vielleicht schon eine Vorahnung auf das, was passiert. Ja. Ich hab keine Ahnung. Naja, gut. Jedenfalls kommt er ja dann nach Hause. Ein langer Tag ist rum. Er holt ja dann auch die Mülltonne mit, bevor sich die Nachbarin wieder beschwert. Und dann kommt er zu Hause an und geht rein. Und dann will er sich ja irgendwie über irgendwas aufregen, ne? Also, er ruft ja dann, Angela! Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat ihn genervt. Und dann geht er zu ihr ins Zimmer. Ja, sie hat die Tonne nicht reingeholt, ne? Ach, ging's da rum. Hat er deswegen gemotzt. Okay. Naja, gut. Also, er geht ja dann in ihr Zimmer und merkt, die ist gar nicht da. Komisch, ja. Seltsam. Was ist denn hier los? Und dann sucht er sie, ruft noch mehrfach. Und dann, ja, kann er sie halt einfach nicht finden. Und dann ist es dann so, dass er da doch eine Klassenkameradin anruft, oder? Ja, die Eltern von Catherine. Ja, richtig, genau. Es sind die Eltern von Catherine. Er meint, dass ihre Tochter gemeint hat, sie würde nach der Schule noch mit zu ihr nach Hause gehen. Aber Catherine wiederum hat ja erzählt, sie würde bei einer anderen sein. Und die ist ja natürlich, also ihre Mutter ist ja jetzt völlig aus dem Häuschen, weil sie sich sagt, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ihre Mutter, die ruft ja dann jetzt, das ist die Miranda, die ruft ja dann jetzt diese Freundin an und sagt zu ihr, sag mal, wo ist Catherine, was hat sie dir gesagt? Und was sagt diese Freundin am Telefon dann? Die erzählt ja irgendwas, ne? Weil die hat ja schon was gesagt. Die haben ja im Schulunterricht, haben die ja gesagt, dass die eine Seance machen wollen. Dershanna heißt die andere Freundin übrigens. Catherine und Angela haben der Dershanna gesagt, ja, wir wollen eine Seance machen im Wald. Und das sagt die den Eltern jetzt. Die sagt, ja, sie sind in den Wald gelaufen, aber wohin genau? Keine Ahnung. Ja, okay. Richtig. Ja, so ist es. Und dann haben wir dann die nächste Szene. Dann sehen wir ja schon, dass sie auch zusammen durch den Wald laufen. Ist natürlich die große Frage, wo fängt der Wald an? Wo hört der Wald auf? Also, überall kannst du ja einen Wald betreten, ne? Also, sie gehen halt in den Wald. Weißt du, sie können ja in den Wald an der Schule in den Wald gehen, sie können hinter dem Haus in den Wald gehen. Irgendwie ist ja überall Wald, verstehst du? Also, woher wissen sie, wo sie jetzt überhaupt suchen müssen. Aber klar, ich meine, natürlich versucht man erstmal, nimmt man erstmal die kürzeste Strecke. Und ist ja dann so, dass sie dann ja mit Taschenlampen durch den Wald gehen, haben ja auch die Polizei schon gerufen, aber die ist noch nicht da. Und rennen ja dann da durch und rufen dann, Angela und Catherine und wo seid ihr und meldet euch. Und als sie dann immer tiefer gehen, kommen sie tatsächlich an diesem Loch im Wald vorbei, wo sie reingegangen sind, die Mädels. Das haben wir ja vorhin gesehen. Victor guckt sich ja dann um und er sieht ja dann auch sogar was, wo er ja eindeutig sagt, die waren hier. Ich glaube, es ist Schnürsenkel, kann das sein? Der Schuh von Angela, der weiße Schuh. Der Schuh sogar. Genau, er sieht sogar noch beim Rausgehen, sieht er noch, dass da der Pendel liegt von Catherine. Zeitgleich findet die Mutter von Catherine ja auch noch den Schulrucksack von ihrer Tochter. Also beide Elternteile haben einen Teil des Kindes gefunden. Genau. Ja und dann ruft er ja auch, sie waren hier, sie waren hier. Und dann greift er ja dann auch ins Wasser, weil er dann halt irgendwie das Gefühl hat, dass da noch was sein könnte. Und du hast es gerade gesagt, das ist ja dann der Schuh. Und dann sind wir in der nächsten Szene ja dann auch bei der Polizei. Oder bei der Schule sind sie. Sie sind in der Schule. Genau. Da zeigen sie die Überwachungsbilder von der Schule. Und da sieht man, dass sie nach der Schule nicht in den Schulbus steigen, sondern an dem Schulbus vorbei in den Wald laufen. Genau. Der Vater, also Toni von Catherine, der ist ja extrem, extrem gereizt. Er sagt ja dann auch, dass da die Obdachlosen doch da hinten rum sind, hat man die schon befragt. Und dann meinte sie, ja, die Obdachlosen oder diese Community, sie benennt die irgendwie im Englischen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen sagt. Und dann meinte er noch so, ja okay, so nennt man heutzutage ein paar abgefuckte Penner, oder? Also er ist ja so richtig... Ja genau, er ist so richtig sauer. Richtig aggressiv. Man muss sagen, Sorge wollen wir alle nicht haben. Und ich glaube, wir drehen alle am Rad, wenn wir uns sorgen. Das ist etwas, das ist nicht toll. Ich weiß, wie ich meine Tochter mal in einem Kinderparadies mal aus den Augen verloren habe, auf so einem Kletterding. Das ist zwar in einem abgeschlossenen Halle gewesen, aber trotzdem gab es mehrere Ausgänge. Und ich habe dann so nach 60 Sekunden, hm, wo ist denn die Kleine? Nach zwei Minuten dachte ich, so, jetzt könnte sie aber mal wieder aufkreuzen. Und nach drei Minuten, da war ich schon nervös. Also das geht wirklich schnell. Es geht wirklich schnell. Also wir wollen es alle nicht erleben, aber Sorge macht uns fertig. Also ist ganz, ganz schlimm. Natürlich benimmt er sich arg daneben, weil er schmeißt ja dann auch oder tritt ja dann auch die Tonne rum. Das ist dann, kann man drüber diskutieren, ob das vielleicht ein bisschen überzogen ist nach wenigen Stunden. Aber man, ja, jeder geht halt auch mit Sorge anders um, ne? Und genau da sehen wir ja auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt ist, soll man ja auch sehen, wie unterschiedlich beide Familien sind. Victor ist eher, also die beiden Eltern von Catherine reden ja mit der Polizistin oder Ermittlerin. Und sind da wirklich hinterher und Victor ist erstmal in sich und hat seine Sorge anders in seinem Gedanken und guckt sich dann die Beweise an. Und dann provoziert er ihn ja auch, ne? Was wissen wir eigentlich über ihre Tochter? Ja, keine Ahnung. Dann spielt sich das Ganze ja auf, woraufhin er ja auch die Tonne da umschmeißt. Und Victor sagt den beiden ja, also ich will nicht sagen, er unterstellt es ihnen, aber er sagt den beiden so, also ich habe ein super Verhältnis zu meiner Tochter. Aber ich weiß ja nicht, was für ein Freigeist ihre Tochter ist, ne? Weil die sich ja auch nicht kennen, die beiden Elternteile. Und da sieht man es schon, ne? Ja, da sagt ja die Miranda auch dann, ich wusste überhaupt nicht, dass unsere Töchter miteinander befreundet sind, ne? Also, das höre ich erst jetzt zum ersten Mal und so. Ja, also du hast so recht, die sind wirklich sehr unterschiedlich. Jetzt, wo du das erst sagst, fällt mir das doch auf, dass Victor wirklich in sich gekehrt ist und ruhig, während die beiden allen gleich so richtig, ja schon so schnell so durchdrehen. Weil die Polizistin meint ja dann auch, wir haben hier alle das gleiche Ziel. Wir tun uns hier keinen Gefallen, wenn wir uns nur anschreien. Und da hat sie auch recht. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass die beiden Mädchen einfach nur Mädchen sind. Und höchstwahrscheinlich, in den meisten Fällen nach 45 Minuten wieder da sind. Also jetzt direkt so durchzudrehen in der Situation ist einfach überzogen. Und ich stimme dem auch zu, weil man hat ja nicht gesehen auf der Aufnahme, dass sie in ein fremdes Auto gestiegen sind. Das wäre ja was ganz anderes. Sie sind ja nur in den Wald gelaufen. Mehr ist ja noch nicht passiert. Und deswegen meint die Polizisten das wirklich sehr gut. Also schön ruhig und sein. Und wir haben hier einfach das gleiche Ziel, logischerweise. Genau. Genau, da hatte ich nämlich auch was zu rausgesucht. Da wird doch ein Buch vorgelesen oder ein Gedicht wird vorgelesen. In der nächsten Szene, genau. Genau, in der nächsten Szene. Weißt du, was sie da lesen? Nein, kann ich dir so nicht sagen. Und zwar ist das der Jabberwocky von Alice hinter den Spiegeln. Von dem Drachenmonster, was sie da vorlesen. Okay. Ist dir das ein Begriff wahrscheinlich nicht? Überhaupt nicht, nein. Jabberwocky. Hast du Alice im Wunderland gesehen? Tim Burton-mäßig so? Ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Aber das ist schon sehr lange her. Das Vieh, was geköpft wird, ist der Jabberwocky. Ja, 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 genau. Ich erinnere mich, wo sie am Ende gegen kämpft. Gedicht von Lewis Carroll, genau. Ja, richtig, genau. Das ist das Gedicht, was da vorgelesen wird. Ja, okay, in Ordnung. So zwar nicht zur Sache, ist aber nice to know. Interessant, okay. Ja, es ist ja so, dass Victor, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, doch sich tatsächlich dann bei diesen Obdachlosen auch rumtreibt, um ja irgendwas zu erfahren. Er setzt ja dann irgendwie in so einem Obdachlosenheim, die da was zu essen kriegen, dabei, um dann irgendwelche Informationen zu bekommen. Und einer von denen benimmt sich doch extrem daneben und macht ja auch ganz ordinäre Andeutungen. Widerlich. Und da dreht er ja auch durch und haut ihm ja fast den Tisch auf den Kopf. Also der kriegt ja dann ordentlich eine, also ordentlich rüber. Ist aber auch widerlich, ganz ehrlich. Kannst du ein bisschen erzählen, warum ist er da? Also er will natürlich schon irgendwie von denen Informationen bekommen. Also er hofft ja, dass die irgendwas gesehen haben oder irgendwas wissen. Genau. Er hat am Abend, wo die Polizei die Kinder gesucht haben, hat er diesen Obdachlosen, also den Herrn mit den längeren Haaren, den hat er gesehen, wie er eine Aussage gemacht hat beim Polizisten. Und deswegen spricht er ihn an. Und der sagt ihm natürlich, dass viele Kids in den Wald gehen, um da verrückte Dinge zu tun und um crazy zu sein. Und er sagt durch die Blume so, vielleicht sucht sie ja auch nach etwas, was ihr fehlt. Vielleicht sucht sie im Wald einfach das, was sie so zu Hause nicht kriegen kann. Und damit ist er natürlich wahrscheinlich die Mutterfigur gemeint. Ich glaube, er sagt sogar auch, vielleicht will sie eine Mami oder so. Danach sagt er ja, vielleicht hat sie auch schon längst gefunden, was sie gesucht hat. Und dann macht er ja diese ziemlich ordinäre Bewegung mit diesem Würstchen. Und ich muss sagen, dass er da so ausrastet. Ich glaube, ich hätte ihm auch voll auf die Fresse gehauen. Wer würde das nicht tun? Stell dir vor, deine Tochter ist weg und du siehst da so einen ekligen, ranzigen Typen. Und der macht da so Dinge, also dass der überhaupt noch da sitzen kann und gemütlich seine Wurst esst. Das ist ein Wunder. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Also, dass er da so reagiert, ist nicht überreagiert. Das ist wahr. Nicht übertrieben, meine ich. Nicht übertrieben, das stimmt. Okay, naja, er fährt ja dann nach Hause und sieht, dass bei sich aber wohl die Tür auf ist oder Licht an ist. Und dann geht er rein und fragt sich, was zum Teufel ist los? Aber er denkt natürlich auch im ersten Moment, Angela ist vielleicht zurück. Dann guckt er sich ja dann um und trifft ja dann plötzlich auf einmal, und das ist so ein bisschen unnötiger Jumpscare, ist ja dann dieser Mann hinter ihm. Ich glaube, das ist Stuart. Und der sagt ja dann, Victor, das sind alles Freunde hier. Und dann sieht man, dass so wild fremde Leute im Haus, die schütteln dann irgendwie so, so rasseln und machen dann so Chanting und Gesänge und so. Ich muss sagen, das ist zwar nett gemeint, aber mich würde es auch ankotzen. Weil es ist in dem Moment ja auch wieder dann doch die Enttäuschung, weil er hat ja gehofft, dass Angela vielleicht zurück wieder ist. Und dann hast du dann aber irgendwelche, weißt du, summende und murmelnde Leute in deiner Bude, die du nicht kennst. Das würde mich auch tierisch abfacken. Also ich fand das auch ein bisschen drüber, also als Nachbar, ich glaube, es ist ja sein Nachbar, als Nachbar dann einfach da zu Hause reinzugehen, 100 Kerzen anzuzünden und da Frauen reinzuschicken, die mit weißem Salbei einmal alles reinigen. Ja. Ich würde mich auch so erschrecken und seine Reaktion ist auch mal wieder 100% authentisch. Dass er sagt, alle raus hier, ich habe gar keinen Bock auf diese Scheiße hier. 100% ja. Get the fuck out. Also das ist auch verständlich. Es ist ja so, dass Stuart ja dann auch meint, wir sind nur hier, um zu helfen, wir wollten nur helfen. Und dann, jo, tschö mit ö. Das war nicht Originaltext. Ach, echt? Nein. Ich dachte. Ja. Jedenfalls hauen die dann ab und er ist alleine zu Hause und hat aber jetzt wenigstens Salbei-Geruch bei sich zu Hause, ne? Ist ganz angenehm. Ja. Naja gut, wir sind bei einem jungen Bauern, würde ich mal so sagen. Der, es schüttet in Strömen und der muss in die Scheune rennen, um irgendwas auszuschalten, zu holen, was auch immer. Und wie er dann wieder weggehen möchte, fällt ihm aber irgendwas auf, das nicht stimmt. Und er guckt ein bisschen genauer und macht dann auch so eine Klappe auf und dann sieht er dann, da tatsächlich die beiden Mädchen sitzen. Und die gucken ihn an, sind verstört und er sagt nur Dad, ja, weil der auf ihn wartet in dem Traktor, glaube ich, mit dem er ja gekommen ist, ne? Und dann, und das finde ich so, ich mag das nicht, weißt du, diese unnötige Lautstärke, weil er ruft doch dann nochmal nach Dad und gleichzeitig machen sie aber einen Hupen rein, weil wir ja jetzt den Szenenwechsel zu Victor haben, wie er hinfährt. Hast du das im Ohr? Weil das, ich mag es nicht, ich mag nicht diese Lautstärke manchmal. Und ich habe auch gestern, ich muss es kurz sagen, ich war im Kino gestern und weißt du, und jeder Kino-Trader ist ja wirklich schon seit Jahrzehnten gleich aufgebaut, gerade wenn es um Horror oder Action geht, ne? Aber was heutzutage irgendwie so ein geiler Effekt sein muss, sonst würde man das nicht machen, aber ich finde es so zum Kotzen, sind so diese harten Schnitte in die Stille oder in die Dunkelheit, weißt du, wenn du also praktisch eine riesen Explosion hast und was auch immer und dann zapp, 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 zapp macht das Bild und dann irgendwann auf einmal dunkel, Stille. Und ich finde das so ausgelutscht, das ist so eine bescheuerte Art, einen Trailer zu zeigen heutzutage, das ist so klischeebehaftet, also weißt du, was ich meine, zufällig? Gerade im Kino fällt das so auf. Das ist natürlich ein Stilmittel, was schon häufig benutzt wurde, ne? Das ist dann so ein Baustein aus der Filmmaker-Trickkiste, der wird gerne genutzt. Ich finde es teilweise eigentlich ganz cool, gerade wenn man halt dieses Verstummen hat oder dieses Tinnitus-Geräusch, es kann in manchen Szenen nice sein, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, auch das mit den Trailern. Ich gucke mir ja gar keine Trailer mehr an, ne? Ja, ich versuche es auch. Also im Kino bin ich gezwungen dazu, leider, aber sonst gucke ich mir keine Trailer mehr an. Und ich finde auch, dass Trailer generell mittlerweile, also eigentlich könnten die auch in den Vorschauen den ganzen Filmen zeigen, also es würde keinen Unterschied machen. Also du hast ja gar keinen Hunger mehr auf den Film, also früher war das, glaube ich, früher, auch interessant, ne? Früher. Die haben Hunger auf den Film gemacht, ohne viel davon zu zeigen. Aber heute ist es eher so, wir zeigen nur das Beste und den Rest könnt ihr im Film sehen. Ja. Ja, das ist richtig. Das könnte man wirklich meinen. Also ich finde, dass mich das wirklich nervt. Ich gucke mir auch keine Trailer an. Ich mache das mittlerweile so, ich schaue mir den Trailer an, bis ich entschieden habe, den gucke ich mir an. Und dann mache ich ihn aus. Also wenn ich sage, okay, der Anfang, das wirkt interessant, ah, dann kommt das und dann mache ich ihn aus. Weißt du, eines der bescheuertsten, beschissensten Trailer zu einem wirklich schlechten Film ist in meinen Augen zu Barbarian, weil da ist es ja so, dass wir ja da den Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård in diesem Haus haben, das ja sie eigentlich gemietet hat. Sehr interessant. Wer ist er? Was führt er im Schilde? Ist er wirklich so lieb, wie er meint? Hat er irgendwas im Hinterkopf? Und das bleibt die ganze Zeit aus. Und wenn du dir den Trailer anguckst, dann weißt du von Anfang an, er ist unschuldig und verreckt. Und ich denke mir, wie kann man so einen bescheuerten Trailer zusammenschneiden, der so was Wichtiges erzählt? Das wäre viel interessanter gewesen, ja, das wäre so ein Twist gewesen, der gehört halt nicht in den Trailer, meiner Meinung nach. Ich habe den Trailer tatsächlich erst nach dem Film gesehen. Ich auch. Ja, das ist gut so. Ich habe den Trailer angemacht und dann ausgeschaltet, so wie ich es gerade gesagt habe. Und ich bin so froh darum, dass ich das gemacht habe. Ich meine, der Film ist trotzdem kacke. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich mich in der Hinsicht nicht gespoilert habe. Und dass der Trailer spoilert leider viel zu viel. Also das geht gar nicht. So, bei welchem Film waren wir? Er ist schuld abgekommen, ne? Okay, also es ist ja so, dass er ja gerufen wird, logischerweise. Mädchen sind gefunden und Gott sei Dank, den Mädchen geht es eigentlich gut. Es ist so, dass er ja dann bei Angela endlich ankommt und nimmt sie auch in den Arm und sagt, oh Gott sei Dank, wo bist du? Und dann ist ja dann auch, also wo warst du? Und dann ist auch die Polizistin dabei und dann sagt sie, Angela, erzähl mal deinem Vater, was du mir gerade erzählt hast. Ja, was denn? Na, erzähl mal, wie lange warst du weg? Und dann meint sie, ich weiß nicht, ein paar Stunden? Ich glaube, das sagt sie, ne? Ein paar Stunden, ne? Ich war nur über Nacht weg. Über Nacht? Okay. Ihr wart drei Tage weg. Drei Nächte wart ihr nicht da. Und das ist natürlich ein starkes Stück. Das können die Mädels ja selber gar nicht fassen. Werden dann ja auch in der Folgeszene untersucht, ja? Ausgiebig sogar untersucht. Also alles. Es wird ja auch untenrum untersucht, ne? Das kriegen wir ja auch zu sehen. Da heißt es ja auch, du wirst ein bisschen Druck spüren. Es ist ja klar, dass alles überprüft wird, ne? Also wiefern sind sie verletzt? Dehydriert? Und auch unterernährt vielleicht? Wurden sie missbraucht? Das ist ja auch ganz klar, dass die Frage im Raum steht. Und das sind halt alles so Dinge, die hier jetzt auch gestellt werden und die überprüft werden. Aber am Ende kommt heraus, diesbezüglich ist alles in Ordnung. Das Einzige, was sie haben, sie sind, ja, sie haben ihre Füße, ne? Ihre Füße sind leicht verletzt. Also sie haben eher Brandwunden an den Füßen, ne? Genau, wo wir wieder beim Thema Füße wären. Ah ja, das stimmt, ja, genau. Ja, genau. Nein, also die haben wirklich auch so richtig krasse Blasen und teilweise fehlen die Nägel. Richtig. Und dann gibt es ja auch diese Szene, dass sie ja da miteinander reden, dass sie sagen, wichtig ist, die Mädels sind da. Es geht ihnen eigentlich gut. Also den Umständen entsprechend geht es ihnen gut. Und wichtig ist, dass alle Tests negativ sind, ne? Also was wir da jetzt halt auch testen können. Diesbezüglich ist alles in Ordnung. Aber natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Müssen wir noch ein bisschen auf, na klar, muss man ein bisschen in Acht geben. Aber sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Und wir sehen ja auch, dass die Anne, also die Nachbarin hier sogar ist, die ist Krankenschwester. Und die kümmert sich ja dann auch um Angela, ne? Was allerdings auffällt ist, dass die beiden Mädchen schon ein bisschen komisch drauf sind. Gerade hier, wenn sie jetzt alleine sind, da gibt es so diesen Moment, dass sie ganz apathisch aus dem Fenster gucken, total weggetreten sind. Und Angela, nicht ganz so stark wie Catherine, die ist schon ein bisschen mehr weggetreten, ne? Also bei der, die ist schon gruselig, die Kleine. Ich muss auch sagen, durch den ganzen Film durch ist Catherine schon die krassere von beiden. Ich meine, die Entwicklung, die Entwicklung von beiden ist natürlich, geht beides in die gleiche Richtung. Aber Catherine stürzt ja richtig ab, ne? Also bei der geht es sehr schnell los. Und ich habe auch in dem Krankenhaus das Gefühl, dass die beide, dass man da die Verbindung der Mädchen schon merkt, ne? Die kommunizieren durch die Fenster miteinander, den Augenkontakt suchen die die ganze Zeit. Ich glaube, dann gibt es ja noch diese eine Szene, wo das Baby weint und Angela die Scheibe da ein bisschen kaputt schlägt. Das war, kann man so machen, aber fand ich doch ein bisschen übertrieben. Aber das soll dann nochmal zeigen, wie krass die drauf sind, dass sie von jetzt auf gleich von 0 auf 100 einfach so umschlagen können. Genau, genau. Also sie nehmen ja auch beide die Kinder mit nach Hause. Und wir sind jetzt bei Victor und Angela. Er bringt sie ins Bett und sagt ja dann auch, Schatz, ist alles okay, geht es dir gut? Und wird ja dann so ein bisschen, na, geht so ein bisschen auf sie ein. Und was hast du dir dabei gedacht? Und was wolltest du dir dann im Wald? Dann erzählt sie das ja auch. Ich glaube, sie erzählt ja sogar, dass sie mit Mama reden, also mit Mom reden wollte. Und dass sie versucht haben, eine Seance zu machen. Und das sehen wir ja dann auch, dass sie ja dann in der Rückblende wieder in dieser Höhle sind und ja dann diese Kette über der Flamme so pendeln. Und dann aber kennt man aber auch, dass Angela irgendwie dann schon weggetreten ist in dieser Rückblende. Also dass sie plötzlich ganz weiße Augen bekommt und relativ gruselig aussieht. Ja, das sind wie so Flashbacks, ne? Also auch, dass sie dann da auch mit den besessenen Augen gezeigt wird. Mit dem Tuch. Sie wollte ja eigentlich den Schal der Mutter mitnehmen, weil bei einer Seance, wo du ja Kontakt aufnehmen möchtest, solltest du einen Gegenstand haben, der der Person gehörte. Aber den hat er ihr ja weggenommen. Und das macht sie ihm so ein bisschen zum Vorwurf. Ja, genau. Der den Schal weggenommen hat. Richtig, ja, so ist es. Ja, er hört ihr zu, was sie sagt. Und ich habe die Szene natürlich noch im Kopf, was jetzt kommt. Aber gestern Abend hatte ich es nicht mehr ganz so, nicht so deutlich. Ich habe so ganz kurz einfach mal irgendwo hingeschaut. Vielleicht habe ich mich auch von irgendwas ablenken lassen. Und ich wusste vom Sound, oh, da war was. Ich habe was verpasst. Und ich habe natürlich dann nochmal kurz zurückgespult, um die Szene zu sehen, die jetzt kommt. Und habe mir gedacht, bist du ein Idiot. Warum hast du nicht einfach laufen lassen? Aber ich bin ein Schisser, ne? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und die Szene ist für mich extrem gruselig. Ich finde das sowas von unangenehm, was hier kommt. Auch ohne Jumpscare. Wirklich gut gemacht. Natürlich ist es nichts Neues. Wir haben das spätestens bei Insidious, dem ersten Teil, gesehen. Als hinter Patrick Wilson, der Dämon, so halb verdeckt hinter ihm kurz auftaucht. Das ist natürlich die ikonische Horrorszene. Ja, absolut ikonisch. Genau. Es wird hier... Da habe ich damals im Kino gedacht, mir steht das Herz still im Moment. Also, das sage ich dir. Aber hier wirkt es trotzdem sehr, sehr gut. Also, was wir hier... Wir haben ja ein Mädchen, so sieht das ja zumindest aus, aber extrem entstellt, aber auch sehr unscharf noch gezeigt. Weit hinter Viktor und nur zur Hälfte zu sehen, die auch so ein komisches Ausatmen, atmosphärisches Geräusch von sich gibt. Das finde ich super wirkungsvoll. Also, ich habe mir gestern so gedacht, scheiße, weißt du, war schon nach Mitternacht, ich soll noch schlafen heute Nacht. Das ist schon echt eklig. Ja, und das sind so Momente, die finde ich, das sind so Klassiker, auch aus diesem Baukasten, die aber immer funktionieren. Egal welcher Film, dieses Stilmittel benutzt, es funktioniert immer. Finde ich super. Also, das ist sehr gut gemacht worden hier, ja. Also, ich fand es wirklich gut. Ich fand es auch gut, dass es nicht mit, ich habe es gerade gesagt, Jumpscare gemacht wurde, also, dass die Musik hier jetzt nicht... Weißt du, im Gegensatz zu Insidious. Insidious hat damals ja die Musik gar nicht schön hochgedreht in der Szene. Das hat jetzt Exorzist hier nicht gemacht. Also, du oft willst es ja so, dass du beim Jumpscare eher von dem lauten Sound erschrocken wirst, als von dem, was du siehst. Und das hier fand ich sehr wirkungsvoll. Da hatte ich schon gestern Abend die Höschen ein bisschen voll. Die Höschen, ich trage mehrere, weißt du? Ja. Okay. Also, ich dachte so Höschen, so kleine, rosane mit Spitzen. Ja, könnte man so meinen, wenn man es so hört, ne? Richtig, ja. Nicht die Höschen, das Höschen, meine ich. So ist richtig. Okay. Okay. Ja gut, Angela ist aber dann auch direkt sehr abweisend, ne? Sie sagt dann, lass mich jetzt allein, ne? Also, als sie diese Person sieht hinter ihm, ne? Und, ähm, ja, und dann geht er auch. Sagt, okay, Schatz. Und dann haben wir ja einen Szenenwechsel zu Catherine zu Hause. Miranda kommt ja zu ihr ins Bad und sie starrt sich ja nur an. Ist ja auch so ein bisschen geängstigt von dem Ästen, die draußen am Fenster so lang kratzen. Und dann meint sie dann, ey, Schatz, ist alles okay? Und mach dich fertig und so. Und dann meint sie, Mom, kann ich heute Nacht bei euch schlafen? Und dann meint sie, das ist gar kein Problem. Dann putzt ihr die Zähne und dann kommst du dich einkuscheln, so ungefähr. So sagt sie es im Englischen. Und dann ist ein Szenenwechsel und sind wieder bei Victor. Und der kriegt natürlich auch mit, dass es draußen jetzt so ein bisschen stürmisch ist. Und als er dann so im Bad ist und sich die Zähne putzt, da geht das Licht auf einmal an und aus, an und aus. Aber nicht nur das Licht, sondern halt auch eindeutig ein Klacken. Und wenn es ein Klackschalter ist, dann ist es ja schon sehr offensichtlich, dass der auch betätigt wird. Und das hatte ich ja neulich hier bei mir. Ich saß ja neulich bei mir im Schlafzimmer und hörte bei mir im Wohnzimmer ja auch definitiv ein Klackgeräusch. Und das war aber irgendwie so zu verstehen, als würde jemand absichtlich versuchen, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Und das fand ich extrem unangenehm. Und dann nachts, ne? Also vielleicht kannst du das so ein bisschen verstehen, aber das war unangenehm. Du wohnst da jetzt immer noch? Ja, ich wohne da nach wie vor. Ich wäre direkt ausgezogen. Ich habe auch extra gesagt, irgendjemand und nicht irgendwas. Da habe ich jetzt extra dafür gesorgt, dass ich das sage. Also, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war ich sogar eingenickt. Ich habe so ein bisschen geschlummert und wurde davon sogar geweckt. Ja? Ja. Du kannst dir ja vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Und wenn es jetzt noch drei Uhr nachts gewesen wäre, dann gute Nacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. Na gut, okay. Jedenfalls geht er ja dann um die Ecke und man sieht, dass es die Angela ist, die ja immer das Licht an, aus, an, aus, an, aus macht und sich dabei die Lampe anguckt. Und er sagt ja zu ihr, Mensch, was ist los? Und dann meint sie ja dann so gar nichts darauf hin. Dann sagt er, er muss ins Bad. Dann sagt sie wieder nichts. Und dann meint er, komm, dann lass dich ins Bett bringen. Und dann, ja, und dann bringt er sie wieder in ihr Zimmer und schließt ab. Er schließt die Tür, geht ja dann auch wieder zurück ins Bad. Und dann geht das Licht kurz aus. Und als es dann in dem Moment wieder angeht, steht sie plötzlich aber auch direkt neben ihm auf einmal wieder. Aber urplötzlich. Und sagt ja dann auch einfach nur, was hast du gesagt? Und dann meint er, ich hab nichts gesagt, aber sie guckt einfach wieder nach oben an die Decke. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich will ja zusammengezuckt, ne? Der ist ganz schön cool hier in der Szene, ne? Weil der muss doch eigentlich zusammengezuckt sein. Der muss doch ein paar Herzschläge ausgesetzt haben, so schnell wie sie auf einmal wieder da ist. Ja. Ja. Wär ich auch. Ich wär wahrscheinlich rückwärts in die Dusche gefallen oder so. Bei so einer Situation. Die sieht ja auch schon leicht zerzaust aus, ne? Also es ist jetzt noch nicht, dass man irgendwie Wunden sieht oder so. Aber so richtig gesund schaut sie jetzt nicht aus. Ja, das ist richtig. Wenn dann jemand neben mir steht, den ich gerade eben erst ins Bett gebracht habe und der so schnell eigentlich gar nicht da sein könnte, ich wär umgefallen bestimmt. Das ist wahr, ja. Ja, und natürlich sagt man sich so als Zuschauer, boah, also mit der stimmt doch was nicht. Geh da raus, geh da weg, bring die ins Krankenhaus oder was auch immer. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass meine Tochter sich jetzt ein bisschen komisch benehmen würde, würde ich ja auch nicht sofort in die Kirche rennen, weißt du, oder so. Also ich, weißt du, man muss ja immer, diese Geschichte wird ja hier aus unserer Realität erzählt, ne? Und er reagiert natürlich in dem Fall halt auch realitätsnah und sieht in seiner Tochter jetzt nicht sofort, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab bis jetzt, weißt du, so reagiert ja keiner, ne? Ja, die wurden ja auch erst vor kurzem gefunden, die waren jetzt drei Nächte in der Wildnis quasi. Richtig, ja. Und dann denkt man auch, ja, die ist jetzt so durcheinander, wer weiß, was die da erlebt hat, keiner weiß ja, was passiert ist, die sind generell irgendwie ein bisschen verstört, dass man das damit halt begründet, ne? Richtig, ja, ganz genau, dass man das damit erstmal begründet, so ist es. Er macht am Tag danach Frühstück und, also er kann ja von Glück reden, dass die nachts nicht rumgelaufen ist, ne, durch die Bude, also der hätte ich mir, mir hätte mich ja von oben bis ganz nach oben eingeschissen noch. Ich meine, die war ja eben schon, die war ja eben schon gruselig genug, ne? Es ist halt so, dass er ihr Frühstück bringt und sie liegt da zu pennen, aber irgendwie auch nicht zugedeckt und auch so steif, ne? Und dann sagt er dann, Angela, schläfst du noch immer? Und dann merkt er, dass sie sich, ja, vollgepinkelt hat und dann meint er dann, Angela, also du hast ins Bett gemacht und komm, baden wir dich jetzt erstmal. Und dann macht er ihr ja dann auch die Wanne an, aber lässt sie trotzdem alleine. Ich meine, gut, ich meine, klar, sie hat natürlich auch mittlerweile ein Alter erreicht, wo du als Vater jetzt nicht mehr immer mit im Bad da sein kannst, ne? Das ist ganz klar, es gibt so einen Moment, das ist tatsächlich ein bisschen schwer, weil irgendwie ist das ja immer das kleine Mädchen, ne? Ich hab ja auch eine Tochter und man hat, ist ja immer das kleine Mädchen, aber irgendwann, dass da so dieser Punkt kommt, das muss man sich erstmal sagen, weißt du, dass man jetzt mittlerweile, dass die Kleine jetzt mittlerweile ein Alter erreicht hat, wo man jetzt nicht mehr mit im Bad ist, wenn die Tochter im Bad ist, ne? Das ist ja dann irgendwann... Ja, das ist das, 100 Prozent, ja. Ja, genau. Aber hat sie sich eingepinkelt? Ja. Ich hab mich gestern noch gefragt, was hat sie denn jetzt gemacht, weil sie guckt auch ihre Hände an und die Hose ist ja, wenn man sie ins Bad gehen sieht, trocken und ich dachte erst, er macht ja so mit der Nase, dass es halt unangenehm riecht. Ja. Ja, aber sie guckt halt auf ihre Hände, aber wenn ich mich einpinkel und das wird trocken über Nacht, so trocken, dass meine Hose auch wieder trocken ist, was gucke ich mir denn dann an meinen Händen an? Und das war ich so, hm, keine Ahnung, was sie jetzt gemacht haben soll, aber... Also, ich kann dich da aufklären, die Hose ist nicht trocken, sondern die ist nass und klebt an ihrer Haut, ne? Und klebt an ihren Beinen. Wenn du nochmal guckst, dann siehst du das. Also, die ist halt praktisch wirklich durchnässt und hängt an ihren Beinen. Warum sie allerdings auf ihre Hände guckt, weiß ich gar nicht, das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen komisches Wirrwarrzeug, aber er sagt, zumindest im Englischen, you wet the bed, also du hast das Bett nass gemacht, was natürlich das bedeutet, ne? Ja, okay, im Deutschen sagt er, du hast ins Bett gemacht, das könnte ja natürlich alles sein. Ah, okay, ich sehe es gerade. Ja. Ach, sag nicht, du guckst rein, du schummelst. Ups, 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 nein, gar nicht, ich habe nichts gesagt. Ach, Mann, das ist doch mein erstes Mal, da darf man ein bisschen schielen. Ja, das stimmt, du darfst schielen. Okay, ja gut, jedenfalls ist es so, dass er dann ins Schlafzimmer geht, um ihr Bett abzuziehen und dann geht aber auf einmal die Tür auf und ich bin mir nicht sicher, aber sieht er, dass sie weghuscht? Ich weiß das gar nicht genau, aber es geht auf einmal die Tür auf vom Bad. Er geht natürlich dann direkt rein und sieht, dass das kein richtiges Wasser ist in der Wanne, sondern so eine Gülle, also irgendwie so, als würdest du dann so Wasser mit Erde vermischen, also furchtbare Gülle, die da rauskommt. Und dann sieht er ja auch so Blutreste auf dem Badewannenrand und das ist ja, was er dann da findet, das kann ich nicht sehen, was er dann da findet, das kann ich nicht sehen. Nee, nee, nee. Ah? Ich kann es auch nicht sagen. In der Nagel. Nein! Foltere mich nicht! Ich könnte dich noch mehr foltern, mir ist sowas tatsächlich mal passiert, ne? Nein! Das ist ein Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie man sowas ertragen kann oder in Filmen gezeigt wird, dass sie sich die Nägel ausreißen. Nein. Es ist wirklich unerträglich, ja. Hast du aber nicht absichtlich gemacht. Nee, ich habe, ich habe so künstliche Fingernägel gehabt und ich dachte, ich habe mir den abgebrochen, aber ich habe mir den tatsächlich samt meinen Naturnagel komplett abgerupft. Nein! Die hing dann wirklich nur noch am seidenen Farben. Nein, nein, bitte nicht, erzähl das sowas nicht. Und wie weit so Fingernägel auch reingehen. Das geht ja noch viel weiter rein, als man nur von außen sehen kann. Das ist Horror für dich, ne? Ich muss doch mit dir eine Stunde sprechen, Mann. Oh Gott. Nein, also ich muss sagen, das sind Schmerzen und da habe ich gestern auch direkt Gänsehaut gehabt. Da erinnert man sich sein Leben lang dran. Okay, alles klar. Mensch, jetzt hast du mich rausgebracht. Verzeih mir bitte. Er findet den Fingernagel auf dem Badewannenrand. Ist das nicht aber eher vom Fuß, oder? Ist das nicht eher vom Fuß? Es ist der Fingernagel tatsächlich, aber in der nächsten Szene bringt er sie ja dann wieder ins Krankenhaus. Genau. Und da sehen wir natürlich auch wieder einen Fuß, wo der Nagel sie schmerzt hat. Ja, das ist so furchtbar. Das ist ein furchtbares Bild. Genau, also er bringt sie ins Krankenhaus und sie ist ja unfassbar, unfassbar drauf, ne? Also sie ist ja, das ist natürlich auch eine Anlehnung an den ersten Teil, ne? Ah, ihr Wichser und fuck off und lasst mich in Ruhe und ich will hier weg. Und er ist natürlich, Viktor, völlig entsetzt, ne? Also er kann es überhaupt nicht glauben. Was ist bloß mit seiner Tochter los? Also gerade auch diese Ausdrücke, wahrscheinlich kennt er gar nicht von ihr. Er kann es halt gar nicht fassen. Und sie bringen sie ja ins Krankenhaus, sie wird ja dann auch, sie bringen sie ins Krankenzimmer. Sie kriegt ja auch eine Beruhigungsspritze, die auch recht schnell zu wirken scheint. Und ja, und sie können das halt einfach gar nicht glauben, was mit ihr los ist. Also was zum Teufel hat sie? Und dann ist er in der nächsten Szene ja dann bei Anne. Anne, die ja dann auch die Krankenschwester ist. Und ich glaube, er meinte nicht zu ihr, ob sie sowas schon mal erlebt hat. Ist das nicht die Frage an sie hier in dem Fall? Genau, ob sie sowas schon mal gesehen hat. Es geht sich darum, es wird der Bauch gezeigt und da hat sie ja in sich selbst, help me, reingeritt. Ach, natürlich. Und ich glaube, die Frage bezog sich darauf, ob sie so etwas in der Art schon mal gesehen hätte. Was war ihre Antwort darauf? Da habe ich gar keine Erinnerung dran. Oder antwortet sie gar nicht? Was sagt sie denn nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, sie sagt sie überhaupt irgendwas darauf? Ähm, nee. Nein. Ich glaube, sie sagt gar nichts, oder? Nein, nein, nein. Sie sagt gar nichts. Ich habe auch noch gerade mal geschaut. Sie guckt einfach nur zur Seite und antwortet gar nicht drauf. Ich muss hier eine Sache sagen, ganz wichtige Information. Die Darstellerin hier, die die Nachbarin spielt, mir war immer klar, dass die was im Schilde führt. Die wird sich als Bösewicht herausstellen und ich wusste gar nicht warum. Mir ist dann aber irgendwann klar geworden, dass es Anne Dowd ist, die in Hereditary mitgespielt hat. Und sie ist die Freundin von der Mutter, die ja letzten Endes auch zu dieser Sekte oder Kult gehört und ist also praktisch in Anführungsstrichen Bösewicht und verarscht sie ja alle. Und aufgrund dessen habe ich immer gedacht, dass sie hier auch böse sein wird im Film. Also, dass sie hier keine liebe Rolle hat. Da kann man mal sehen, wie eine Rolle, also wenn du die richtige Rolle wählst oder auch die falsche, je nachdem wie man es sehen möchte, kann dich das halt immer verfolgen. Da könnte die Leute eine echte Rolle oder eine ernsthafte Rolle gar nicht mehr abnehmen. Oder andersherum, also Liebe oder Böserolle. Ich habe sie tatsächlich in Hereditary gar nicht, also ich glaube, du wirst, ich weiß nicht, ob du die Aufnahme beenden wirst, wenn ich den Satz jetzt auch ausgesprochen habe, aber ich habe Hereditary nach 25 Minuten ausgemacht. Du hast ihn ausgemacht. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hast, du hast ihn noch nicht gesehen, hätte ich gesagt gehabt, okay gut, kein Problem, damit kannst du noch jederzeit nachholen. Aber du hast ihn ausgemacht, das ist natürlich schon jetzt ein Abturn, ne? Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe ihn ausgeschaltet. Deswegen habe ich sie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, das ist natürlich klar, dass du sie nicht kennst, aber da hast du aber einen Fehler gemacht, ne? Also muss ich dir sagen, da ist hier... Ich habe es mir vorgenommen, nochmal neu zu schauen, weil ich ihn natürlich durch den Podcast immer, immer wieder davon höre, wie unfassbar begeistert du davon bist. Ja. Und deswegen muss ich ihn natürlich nochmal schauen, ne? Der Film ist schon nicht für jeden, ne? Das möchte ich ganz ehrlich sagen. Und wenn du mir jetzt sagst, du findest ihn richtig scheiße, dann akzeptiere ich das natürlich. Wir reden zwar da nicht mehr miteinander, aber ich akzeptiere es trotzdem. Das war dann heute die erste und letzte Aufnahme. Nein, natürlich akzeptiere ich das, weil der schwierig ist. Ich habe den Film damals geguckt zum ersten Mal und wusste nach einer Stunde noch nicht, worum er geht. Weißt du, also ich war wirklich sehr... Was gucke ich hier eigentlich? Ne? Was ist denn jetzt die Handlung? Du hast sogar nach einer Stunde das noch gesagt. Ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung, was hier passieren soll. Ich raff das nicht. Also ausgemacht. Ja, also ich war wirklich... Mir ging es auch so. Aber ich wollte ihn weitergucken, weil er ja so gehypt war. Und ich habe das wirklich nicht bereut. Und auch nach dem Podcast, den ich ja mit Dennis damals aufgenommen habe, der hat ja auch super viele Dinge erklärt und erzählt, die ich nicht wusste. Und deswegen kann ich diese Folge echt wärmstens empfehlen. Und muss dir halt auch wirklich sagen, versuch ihm nochmal eine Chance zu geben. Ja, also lass dich nicht ablenken von Handy, Tablet oder so. Guck ihn dir einfach an. Und wenn du ihn dann zu Ende geschaut hast, dann kannst du immer noch sagen, doof oder doch gut. Aber nimm dir nicht diese unfassbare Atmosphäre, gerade in den letzten 30 Minuten. Die sind nämlich unfassbar gut. Okay. Ich habe meine Hausaufgaben in mein rotes Hausaufgabenheftchen geschrieben und werde mir sie von dir gegenzeichnen lassen, sobald ich das getan habe. Hat dein Verlobter ihn mal geguckt? Weißt du das? Wir haben ihn zusammengeschaut. Ihr habt zusammen ausgemacht. Wir haben ihn gemeinsam ausgeschaltet. Ehrlich. Also es wird ja immer schlimmer. Ja. Okay, alles klar. I'm so sorry. Ist in Ordnung. Ist okay. Zehnwechsel. Wir sind in der Kirche. Und dann sind da ja sehr viele Leute zugange, die ja dann dazuhören. Wir haben den Pfarrer. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord and our Jesus. Und was da alles kommt. Und dann sagt er ja auch, dass unsere geliebte Catherine, ich weiß gerade den Nachnamen nicht, O'Neill, unsere geliebte Catherine O'Neill ist auch wieder da. Und war drei Tage weg. Und alle klatschen und klatschen. Und der Vater und die Mutter, die gucken so lächelnd und nickend in die Menge. Aber Catherine selbst absolut weggetreten. Also total komisch. Hat ständig die nackten Füße oben auf die, weißt du, auf dieses Regal, wo eigentlich die Bibel liegt, vorne. Nimm die Füße runter. Dann ist sie so völlig weggetreten. Und ich muss dir ehrlich sagen, was machen diese beiden Mädels für eine Performance? Das ist wirklich sehr, sehr gut. Du musst ja bedenken, lass die beiden zwölf sein. Die haben ja nicht, so wie wir, diese Möglichkeit, sich das angeguckt zu haben über Jahrzehnte und jetzt das nachzumachen. Diese Mädels legen so eine Performance hin mit gerade mal zwölf Jährchen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich echt sagen. Weil ich glaube auch nicht, dass sie zur Vorbereitung der Exorzist gesehen haben von damals. Dafür sind die doch zu jung. Glaube ich nicht. Also deswegen denke ich mir, dass das halt alles einfach nur rein, ich glaube, Linda Blair war ja auch sogar dort und hat ja mit den Mädchen gesprochen. Die hat ja Tipps gegeben, wie man das machen soll und wie sie es spielen können. Egal wie, sie machen es wirklich sehr, sehr gut. Ja, da bin ich auch 100 Prozent bei dir. Und ich muss sagen, dass, klar, die Catherine spielt, die sieht natürlich von beiden noch mal ein bisschen ranziger aus. Das stimmt. Und macht das Ganze noch mal ein bisschen kranker als die Angela. Richtig. Sie sind ja dann auch vorne und kriegen ja dann auch Wein und was ist das immer so, diese Oblate, die sie ja dann kriegen, die Eltern. Und dann gehen sie ja zurück zu den Kindern und dann ist aber Catherine weg. Ja, wo ist Catherine? Und die beiden Kleinen sagen dann, sie ist gegangen, keine Ahnung. Und dann sucht er sie. Und dann findet er ja dann nur einen hinteren Raum, der so ein bisschen durchwühlt ist. Und dann, während er noch hinten zugang ist und der Pfarrer halt wieder seine Rede hält, ist es so, dass die Kleine auf einmal auftaucht und sie läuft dem Gang entlang und dann wiederholt sie immer the body and the blood. Ich weiß nicht, was sie auf Deutsch sagt. Hast du es vor Ohren? Der Körper und das Blut? Das Leib und das Blut. Das Leib, natürlich. Das Leib. Ja, natürlich. Man sagt ja Leib. Genau, wie man es in der Kirche kennt. Ja, Leib. Entschuldigung. Ja, ich habe es vergessen. Natürlich total getränkt in diesem Messwein, was auf diesem weißen Kleid natürlich wie Blut dann auch wirkt. Ja, richtig. Das sieht ja wirklich schlimmer aus. Ja, das hat sie sich übergegossen dann. Ja, sie hat sich auf jeden Fall dem Messwein gut gegönnt, würde ich sagen. Ja, das ist wahr. Und natürlich sind aber alle entsetzt. Also die gucken ja alle ziemlich entsetzt, was ist denn hier los? Und dann sagt sie immer, also auf Englisch, the body and the blood, the body and the blood. Das sagt sie dann so schnell im Englischen, dass du es irgendwann gar nicht mal mehr raushörst. Und der Pfarrer, der ist ja entsetzt und denkt, was ist hier los? Dann kommt dann auch der Vater von ihr wieder in die Kirche und sagt, Catherine! Und geht zu ihr, die Mutter geht zu ihr und denkt sich, was zum Teufel stimmt denn mit diesem Mädchen nicht? Das ist natürlich echt hart und die ganze Kirche ist ja einfach entsetzt. Also ich meine, es ist ja klar, dass man da entsetzt ist. Und das Mädchen sieht ja auch wirklich richtig schlimm aus. Also jetzt merkt man ja echt, bei der stimmt ja hinten und vorne was nicht. Absolut nicht. Ja, es sieht wirklich schlimm aus. Stell dir mal vor, die Augen der Gemeinde sind sowieso auf dich gerichtet. Ja. Weil dein Kind wieder da ist. Und dann ist das auch noch so eine typische amerikanisch-christliche Familie, die haben drei Kinder. Und die sehen alle hübsch aus, die tragen nette Kleidchen und dann dreht da die eine so am Teller und sieht so viel aus. Das ist ja dann nochmal so auch dieses Gesellschaftsding, was da wieder im Vordergrund steht. Was für ein Aufsehen das in der Gemeinde bedeutet. Ja, hast du recht. Ganz genau. Ganz genau. Ja und in der Szene darauf ist ja auch die wieder zurück im Krankenhaus. Also beide Mädels sind wieder im Krankenhaus. Und dann haben wir ja dann auch die Miranda, Tony, Tony ist ihr Mann und dann auch den Victor. Und sie sind ja dann gemeinsam, glaube ich, draußen vor der Tür. Und dann sagt ja dann die Miranda das, was wir alle wissen, dass die Mädchen etwas mitgenommen haben aus wahrscheinlich der Hölle. Und dann macht ja auch diesen Vergleich, dass Jesus damals nach drei Tagen zurückkam, genau wie unsere Mädchen. Und dass sie deswegen die Füße verbrannt haben oder Brandwunden haben. Weshalb ja dann Victor ja sagt, haben die sich die Füße in der Hölle verbrannt und so. Also ich meine, ist natürlich schon krass. Also krasse Story. Aber das macht eigentlich, natürlich macht das keinen Sinn, aber in diesem Handlungsstrang, den wir ja noch mitbekommen, macht es natürlich Sinn. Richtig. Also warum sollten sie sonst Brandblasen an den Füßen haben, wenn es gewittert und gestürmt hat und geregnet hat? Ja, genau. Macht keinen Sinn, ne? Richtig. Aber er glaubt das natürlich nicht. Er denkt sich ja hier, kannst viel reden, wenn der Tag lang ist, weil er ja absolut ungläubig ist in der Sicht, Situation. Ja. Genau. Wir sind bei Angela wieder in der nächsten Szene und Schwester Anne, also die Nachbarin von Victor, kümmert sich um sie, hört sie so ein bisschen ab und dann dreht sie sich dann weg und als sie wieder hinguckt, hat sie auf einmal die Augen auf und sagt sie, Angela, geht's dir gut? Und dann sagt sie dann so, Schwester Mary Xavier. In natürlich dämonischen Stimme. Was genau mit dem Baby sagt sie? Du hast dein Baby umgebracht oder sowas? Ich glaube, sie sagt sogar, sie hat. Du hast dich ausschaben lassen oder irgendwie sowas. Also es hört sich richtig dramatisch an. Also irgendwas mit rauskratzen lassen. Also im Sinne von Abtreibung, ne? Genau, natürlich. Im Englischen vergleicht sie das mit einem verrotteten Kürbis. Also sie sagt, sie hast dich ausschaben lassen, wie du es gerade gesagt hast, wie einen verrottigen Kürbis. Das sagt sie, glaube ich, ja, das sagt sie im Deutschen auch. Okay, alles klar. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht auf Deutsch geguckt, beide Male nicht. Und das ist richtig, das ist ziemlich krass. Und die ist natürlich entsetzt, als sie das hört. Und dann meint ja dann sie noch, dein, ähm, ihr Baby, ne? Und dann kommt ja auch einfach mal eine blutige Wunde an der, also viel blutgetränkte Stelle am, 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 äh, auf der Decke von Angela zum Vorschein. Und dann hat sie ja auch dieses grässliche Lachen. Und das ist übrigens der Moment, wo ich heute Nacht beim Schauen ausgemacht habe. Da dachte ich mir, okay, es reicht mir jetzt. Also sowas muss man nachts dann nicht gucken, wenn man alleine ist. Und zwei Spinnen vor der Tür hat übrigens, ja. Ich bin von zwei Spinnen gestern überrascht worden, die bei mir vor der Wohnungstür hing. Ähm, Hauswinkelspinnen. Das war nicht toll, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, die sehen auch eklig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich brauche sie nicht. Müsste ich jetzt auch nicht zu Hause haben. Aber Koffer haben sie schon gepackt, oder? Du musst dir das vorstellen, ich komme nach Hause, eine ist über der Wohnungstür, die andere ist unter der Schräge gegenüber. So, ich gehe rein, mache die Tür zu. Das wurmt mich, dass sie da sind. Ich mache die Tür wieder auf, da ist die zweite weg. Ich gucke nach oben, dann ist die zweite bei der zweiten. Also, dann hocken die zusammen jetzt. Da musst du dir vorstellen, da haben die gewartet, dass ich drin bin. Und in der Dunkelheit haben die sich dann besucht. Wie zum Teufel finden sich denn zwei Spinnen in der Dunkelheit bei dieser Entfernung? Also, das habe ich ein bisschen erschrocken gestern, dass die sich sogar finden. Das ist schon krass, ja. Also, das hat mich wirklich ein bisschen fertig gemacht. Am Mittag bin ich dann endlich raus und sie waren beide verschwunden. Und das macht mich irgendwie nicht mutiger gerade, weil das ja heißt, dass sie irgendwo noch sein müssen. Ja, das ist das immer, ne? Man sieht, ich meine, ich habe selber eine Spinne als Haustier. Ich weiß aber, die ist in ihrem Glaskasten und da kommt die auch nicht raus, wenn ich das nicht möchte. So, aber so Spinnen im Haus und diese Spinnen, die wir ja hier haben, diese Hauswinkelspinnen oder auch diese Kellerspinnen, das brauche ich jetzt auch nicht. Also, nicht da, wo ich sie nicht kontrollieren kann. Ah ja, okay. Aber hast du eine Spinne, wahrscheinlich eine Tarantel oder was? Im Glas oder wie? Eine mexikanische Rotknie. Ja, die sind ganz hübsch. Okay. Also, Spinne und hübsch geht aber eigentlich nicht im gleichen Satz, ne? Also, das funktioniert für mich nicht. Ja, doch, das sind hübsche Tiere. Okay. Es gibt auch diese kleinen, die hatte ich hier nämlich auch, diese mit diesen Kulleraugen. Ja, okay. Ja, okay, die fallen schon irgendwie raus, ja. Genau. In der nächsten Szene ist er ja dann in so einer Anstalt, wo er sich von dem Chefarzt oder so alles zeigen lässt. Und das scheint ja so eine Art, ja, Irrenanstalt zu sein, ne? Oder wie würdest du das sagen? Was genau guckt er sich da an? Oder wird ihm gezeigt? Würde ich auch sagen, halt eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also, er legt das Ganze dann tatsächlich so, dass er sagt, okay, meine Tochter hat jetzt einen psychischen Knacks, die muss jetzt erstmal unter Beobachtung in so eine Einrichtung und lässt sich da halt informieren von dem Einrichtungsleiter. Richtig, genau, so ist es. Und das ist allerdings auch recht schnell erledigt. Die Szene danach ist, er kommt wieder zurück und die Anne, also die Nachbarin, taucht bei ihm auf und sagt, hier, sie fragen mich, haben mich gefragt, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Ich nicht, aber ich kenne jemanden, die das schon mal gesehen hat. Und dann gibt sie ihm ein Buch. Und dann meint er, okay, spirituelle Texte, vielen Dank, weiß ich Bescheid. Und dann geht er rein. Und sorry, ich muss mich darum kümmern, dass meine Tochter jetzt in eine Irrenanstalt muss. Ich glaube, sie sagt dann irgendeinen Spruch, Gott hier und Gott da, irgendwie sowas, woraufhin er dann immer meint, ach, weißt du, ich kann das nicht mehr hören. Passiert irgendwas Schlimmes, dann ist es der Teufel. Passiert was Gutes, dann ist es Gott und all immer das, das kann er nicht hören. Und er hat das auch schon durch. Er musste zusehen, wie seine Frau gestorben ist. Er musste sich entscheiden, ob er seine Frau nimmt oder seine Tochter. Und er kann halt alles nicht mehr hören. Ja, wobei auch da, finde ich, das, was er sagt, das hat auch wieder so viel Hand und Fuß. Du hast da einmal die Frau, die wirklich gläubig ist und er, der sagt, der sich darüber aufregt, weil es ihn nervt. Und ich glaube, das ist auch total authentisch. Also, ich finde das sehr authentisch. Ja, das ist wahr. Er will ja reingehen und sie meint, würden Sie mir ganz kurz nochmal zuhören? Okay. Und dann erzählt sie, dass sie Nonne werden wollte. Ja, ich werde zu glauben, aber das war damals ihre Idee. Und kurz bevor sie ihr Gelübde ablegen musste, ist es so gewesen, dass sie schwanger wurde. Und sie hat sich aber gegen das Kind entschieden. Und sie hat damals auch schon einen Namen bekommen. Man nimmt nicht den eigenen Namen an, weil man dann als Nonne einen neuen Namen kriegt. Und man ist ja dann praktisch die Dienerin Gottes, ne? Also, man wird ja dann praktisch, habe ich gelernt, mit Jesus verheiratet. In Anführungsstrichen, man kriegt ja sogar einen Ring beim Gelübde. Wusstest du das? Ja. Okay, das habe ich auch erst neulich gelernt. Und bevor das dann halt passiert, hat sie sich aber dann, ähm, ich weiß nicht genau, warum sie rausgegangen ist. Das kommt jetzt irgendwie nicht raus, ne? Aber sie hat es ja dann doch nicht gemacht. Weil eigentlich war ja die Abtreibung wegen dem Nonne sein, oder? Ja, das sagt sie ja nicht wirklich, ob das dann so ist, weil sie ja dann kurz vorher ihr Gelübde hätte ablegen müssen. Oder ob sie jetzt gesagt hat, die Abtreibung war so, weiß ich nicht, so traumatisch und hat sich das dann doch anders überlegt. Aber da werden wir nicht richtig schlau draus. Das sind zu wenig Infos. Ja, ist ja okay. Jedenfalls sagt sie, und das ist natürlich die wichtigste Info, dass sie damals einen Namen hatte, Schwester Mary Xavier. Das hätte ihr Name sein sollen. Und davon hat sie niemals jemanden erzählt. Auch nicht von der Abtreibung, zumindest wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten. Und das weiß halt schlichtweg niemand. Aber seine Tochter wusste es. Sie hat von dem Baby gewusst und sie hat sogar den Namen gewusst. Und das ist etwas, das kann ja unmöglich funktionieren. Und das ist eigentlich etwas, wo er ein bisschen drauf reagieren hätte müssen. Ich finde, dass die Szene hier zu abrupt zu Ende ist. Weil er guckt nur wie ein Auto und das war's. Er hätte halt einfach da irgendwas sagen können zu. Haben sie den Namen vielleicht mal irgendwo stehen gehabt? Haben sie vielleicht mal Post bekommen? So, dass sie immer wieder sagen muss, nein, diesen fucking Namen gibt es nicht. Der steht nirgendwo. Also, dass er irgendwie versucht, daraus schlau zu werden, weißt du? Das geht mir ein bisschen zu schnell. Ja gut, er ist ja generell eher immer in sich gekehrt. Das lernen wir von Anfang an in dem Film schon. Und dass er sehr viel mit sich selbst ausmacht. Und erst hinter verschlossenen Tür. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Ego-Problem vielleicht. Dass er erst sagt, ich glaube an so einen Schwachsinn nicht. Und dann denkt er so, ach du Scheiße, da könnte wirklich was dran sein. Ja. Und man sieht ja dann auch, wie es dann noch rattert. Also es rattert noch lange. Dann guckt er sich das Buch an und dann denkt er, scheiße, da könnte tatsächlich was dran sein, ne? Das ist richtig, genau. Und dann guckt er sich auch ein YouTube-Video an, wo wir dann Chris McNeil sehen, die damals nach den Vorfällen 1973, wahrscheinlich zwei Jahre später höchstens, dann ja auch Interviews gegeben hat. Weil es hieß ja dann, sie war damals Schauspielerin. Das wissen wir ja auch aus dem ersten Teil. Wurde aber nach der Sitzsache mit ihrer Tochter. Hat sie sich aber diesem Thema gewidmet. Hat dann auch ein Buch geschrieben. Und er besucht sie jetzt ja auch. Und er taucht dann bei ihr zu Hause sogar auf. Hat dann dieses Problem, was er dann ihr natürlich dann wiedergibt. Und dann erzählt sie, das ist natürlich so ein bisschen Aufklärungsgeschichte jetzt hier. Sie hat damals nach der Situation 1973, ist es halt dazu gekommen, dass sie irgendwann ein Buch geschrieben hat über diesen Vorfall, was Regan, ihre Tochter, überhaupt nicht leiden konnte. Und da hat sie mit ihr gebrochen. Wir dürfen eigentlich nicht vergessen, dass sie da gerade erst 15 war. Das heißt, sie hat mit ihr gebrochen, als sie 15 war erst. So könnte man das jetzt darstellen. Das ist ein bisschen früh, weil da kann sie noch nicht großartig entscheiden. Also noch nicht alleine leben. Ja, schwierig. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie das Familienverhältnis danach war, aber dafür weiß man einfach viel zu wenig. Aber es ist natürlich dann schon sehr jung gewesen. Auch so zu handeln dann, weil ich denke mal, als junges Mädchen ist natürlich deine Mutter, gerade wenn du so ein Ereignis durchgemacht hast mit deiner Mutter, das bindet ja eigentlich. Das ist richtig, ja. Würde ich jetzt sagen. Ja, das ist wahr. Eigentlich bringt das einem noch mehr zusammen. Das stimmt. Naja, es ist so, dass sie hier, er ihr dann ja auch Foto zeigt von dem Help Me und dass er meint, sie haben das schon mal gesehen und ich würde gerne, brauche ihre Hilfe, helfen sie meiner Tochter, so wie sie ihrer Tochter geholfen haben. Und dann meint sie ja auch noch sowas wie, dass ich beim Exorzismus damals nicht dabei gewesen bin. Ich bin dann mal draußen gewesen und ich weiß gar nicht so genau, was die beiden Pfarrer da gemacht haben. Und all so Gespräche kommen dann da, um so ein bisschen Legacy-Feeling reinzubringen natürlich noch. Es ist aber auch so, dass ich gehört habe, dass Ellen Burstyn ursprünglich nicht mitspielen wollte. Die hat sich auch gedacht, was geht mit euch, nach fast 50 Jahren jetzt hier mich wieder zurückzuholen. Dann hat man ihr aber dann das Doppelte an Gage geboten sogar. Also nicht nur einen Ticken mehr, sondern gleich das Doppelte. Und da hat sie zugestimmt und auch alles aber gespendet. Das hat sie nicht mal behalten. Ja, ja, genau. Die hat dann ihre gesamte Gage gespendet, was ich eigentlich eine gute Sache finde. Das ist sehr löblich, ja. Übrigens, das ist natürlich während der ganzen Corona-Scheiße passiert. Und man hat die Aufnahmen mit Ellen Burstyn komplett in einem Rutsch durchgedreht. Das heißt, die hat nicht die gesamten Dreharbeiten von, keine Ahnung, drei Monaten dabei gesessen. Also es ist so gemacht worden, dass sie kam und dann wurde der Drehplan, ich glaube, kurz bevor Corona richtig ausgebrochen ist, einfach abgedreht mit ihr. Man muss sich das also so vorstellen, man ist ins Krankenhaus gefahren, alle haben das angezogen und dann wurde die Szene gedreht. Dann ist man zum nächsten Drehort gefahren, alle haben das angezogen und dann wurde das gedreht. Und dann, so hat man praktisch den Drehplan mit ihr abgearbeitet. Und dann sind die eigentlichen Dreharbeiten jetzt losgegangen, nachdem man mit ihr, gerade sicherheitsvorkehrungstechnisch wegen Corona, alles andere abgedreht hatte. Und dann, wenn ich mich nicht irre, hat es sogar lange gedauert, bis dann weiter gedreht wurde, weil Corona dann so richtig abging und dann auch alles erstmal schlamm lag. Also ihre Aufnahmen sind mehrere Monate vorher entstanden. Ja, Wahnsinn, ne? Wie das so filmtechnisch möglich ist, dass man halt wirklich im Voraus sowas tun kann und dann später weitermacht einfach, ne? Genau. Und eins durch den Schnitt wird das dann so natürlich dann zusammengeschnitten und es fällt da nicht auf. Ich muss sagen, bei der Szene vorher, da geht ja der Song der Songs los, ne? Tubular Belts. Also da muss ich, boah, da kriege ich auch immer wieder Gänsehaut. Und wie das so langsam losging, das haben sie ja auch schön gemacht, ne? Erst so ein paar Tasten, dann ein paar Tasten mehr und irgendwann halt dann das ganze Stück. Das fand ich super. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist dir das bewusst, dass das ursprünglich nicht zu diesem Film gehört, das Lied, sondern dass das ein Album des Musikers Mike Oldfield ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh, jetzt bin ich aber baff. 1973 hat der Brite Mike Oldfield sein erstes Album Tubular Belts auf den Markt gebracht und das schoss richtig rein. Das ist ein 60-minütiges Lied, das aus verschiedenen Parts besteht und der Anfang ist halt genau der. Und das hat halt William Friedkin damals zu Ohren bekommen oder die Produktion zumindest und haben gesagt, das hört sich schön an, dieses Klavierstück, das würden wir gerne im Film verwenden. Und das ist halt im Film gelandet und hat natürlich Mike Oldfield damals noch mehr Erfolg verschafft, ne? Aufgrund dieses Films logischerweise. So ist das gekommen. Und ja, also dieses Stück, Klavier, ist nicht für den Film geschrieben worden. Das ist nur zufällig gleichzeitig entstanden, als der erste Teil damals gedreht wurde oder in Vorproduktion war. Natürlich ist es hier für den Film vom Komponisten aber ein bisschen umgearbeitet worden. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Das ist nicht das Original, da wurde natürlich nur die Melodie übernommen. Naja, jedenfalls ist es so, dass sie dann ankommen im Krankenhaus. Da ist ja auch dieser junge Pfarrer dabei, ähm, Father Maddox. Und sie gucken sich die an, äh, die, ähm, äh, Angela. Und das erste, was halt sie sagt, ist, er weiß, wer ich bin. Und ich denke mir halt auch so, ja, das sind so ein bisschen Faxen, die dann so im Film kommen. Weißt du, du musst bedenken, die Frau hat selber seit 50 Jahren jetzt nichts erlebt, dergleichen. Sieht dieses Mädchen, das ein bisschen scary guckt, weißt du, ein bisschen scary dreinguckt. Und sagt sofort, er weiß, wer ich bin. Also sie ist sich ja noch nicht mal sicher, ob sie wirklich besessen ist. Ich meine, gut, okay, er hat ihr das Bild gezeigt mit dem Help Me, ja, okay. Aber es könnte auch jeder x-beliebige andere sein, ne? Es gibt ja so viele Dämonen. Also warum sollte er das jetzt sein? Ist natürlich jetzt ein Bonbon für alle Fans, ne? Natürlich. Das soll ja jetzt einfach das einläuten, dass es, dass es der Gleiche ist. So ist es. Naja, und jedenfalls ist es so, dass sie erst unter dem Bett ist, die Angela, und dann gucken sie sich anspricht mit der da. Plötzlich erscheint sie am Fenster. Das fand ich ganz gut gemacht. Das war nicht, das war ein guter Effekt, den ich ganz gut fand. Mir hätte es allerdings besser gefallen, wenn sie auf einmal eher gestanden hätte vor dem Bett oder neben dem Bett, als jetzt so dieses gewollte, wir erschrecken und jetzt das Publikum, weil sie dort ist ans Fenster, ne? Manchmal ist weniger einfach mehr, aber gut, sie haben es hier gemacht. Und dann meint sie auch, wo ist das andere Mädchen denn? Ja, die passen auf die Kleine zu Hause auf oder sie pflegen sie zu Hause. Dann meint sie, es ist keine gute Idee. Die müsste eigentlich auch genau wie sie eingesperrt sein, in dem Fall sogar, ne? Ja, Chris und Victor fahren dann gemeinsam hin und klingeln, macht aber keiner auf. Und Victor sagt dann, es scheint wohl keiner da zu sein. Auf dem Telefon geht auch kein Mensch. Und Chris guckt aber durchs Fenster und sieht dann eine Bewegung und sagt, doch, irgendjemand ist da. Und dann gehen sie dann ins Haus hinten rein und ruft er dann, Toni und Miranda. Keine Antwort. Und dann sehen sie Toni irgendwann da sitzen. Und der ist halt völlig weggetreten, apathisch. Und dann meint er, wo ist sie? Was noch im Kopf, was hat er gesagt? Weil er ist ja völlig neben sich, also durch diese ganze Situation, ne? Also er kann es ja gar nicht fassen. Aber sagt er nicht irgendwie, wir werden bestraft, wir werden bestraft, Gott bestraft. Das ist irgendwie sowas, ne? Genau, er hat gesündigt und seine Sünden sind jetzt das Ergebnis der Situation, ne? Ich muss sagen, dass mir diese Szene gar nicht gefällt, das Ganze in diesem Haus. Oh, okay. Weil ich das sehr komisch finde. Das heißt, sie gefällt mir gar nicht. Ich finde sie merkwürdig und hätte ich vielleicht anders geschrieben. Also beide kommen in dieses Haus und es sieht aus wie, als wäre da einer eingebrochen, hätte irgendwas gesucht. Und dann kommst du in die nächste Tür, da sitzt der Vater, so Embryostellung und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und die Mutter sitzt mit den Kindern in der Küche im Sitzkreis und halten sich die Hände und oben dreht dann die Kathrin durch. Finde ich irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Natürlich habe ich da auch wieder diese Theorie, dass bei Kathrins Familie das schlimmer ist, weil es halt diese christliche Familie ist. Da hängen überall Kreuze im Haus, die beten jeden Tag. Ich glaube, Jesus und Gott wird da bestimmt hundertmal am Tag gesagt. Und da wissen wir ja, dass das Dämonen oder Besessene ein bisschen allergisch drauf reagieren. Und deswegen, dass dann halt da so extrem ist. Aber warum das alles da so verwüstet sind und die dann da irgendwie nur in der Ecke hocken, weiß ich nicht. Finde ich komisch. Du hast nicht Unrecht, ich bin auch mit der Szene nicht ganz so zufrieden, da komme ich gleich zu. Dass der Vater hier überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll, kann ich schon nachvollziehen. Also er hat ja auch mit Sicherheit Angst vor der Kleinen, gleichzeitig macht er sich aber große Sorgen um sie. Und dass es da so ein Resignieren ist, so ein einfach so da sitzen, halte ich jetzt nicht für ganz so unwahrscheinlich und auch nicht so unrealistisch. Dass natürlich die Mutter mit den beiden anderen Kindern da im Kreis sitzt, das ist nicht so, das ist Quatsch, da hast du recht. Er müsste sie sagen, sie geht mit den beiden anderen Kindern weg. Dann soll er bei der großen Tochter bleiben, irgendwie so. Aber das ist ja auch eine Gefahr, weil die ist ja auch definitiv gefährlich, die Kleine. Und das ist keine gute Szene, da hast du nicht Unrecht. Ja, stimmt. Ja, man sieht ja auch, wenn gleich Chris hochgeht in das Zimmer von Catherine, dass die Eltern schon Hand- und Fußfesseln ans Bett angebracht haben. Das heißt, die dreht ja schon wirklich Tage durch. Und ich bin da auch auf deiner Seite, dass eigentlich ich als Mutter, wenn ich da noch zwei, in Anführungszeichen, gesunde Kinder sitzen habe, ich sage ganz ehrlich, ich kann dir nicht mehr helfen. Die kommt jetzt so, wie Victor das gemacht hat. Die kommt jetzt erstmal, bis wir wissen, was mit ihr los ist, kommt die weggesperrt. Weil das ist das Beste für mein Kind. Da kann es sich selbst nicht verletzen und meine anderen Kinder nicht verletzen, wo ich ja genauso drauf aufpassen muss. Deswegen bin ich nicht so zufrieden mit dieser Szene. Ja, hast du recht. Das macht absolut Sinn, was du sagst. Es ist ja so, dass die Chris oben ankommt. Chris, ja, kommt oben an und hat ja jetzt Catherine da sitzen und in so einem Buch blättern. Und sie ist ja definitiv Dämon. Und dann sagt sie zu ihr, ich weiß, wer du bist. Wir sind uns schon mal begegnet. Das finde ich sehr, das finde ich blöde. Ich finde das doof. Also, das ist, wie ich vorhin schon sagte, weißt du, sie ist in dieser Situation nach 50 Jahren wieder. Und als hätte sie darauf gewartet, dass sie mit Dämon sprechen kann, finde ich blöd. Das kommt bei mir auch überhaupt nicht an. Weißt du, sie ist ja gar keine Pastorin oder Pfarrerin oder was auch immer. Warum meint sie überhaupt, hier einen Exorzismus durchführen zu können? Ich glaube, das würde sie doch gar nicht machen können auch. Sie ist ja gar keine Pastorin oder Pfarrerin. Sie sagt ja auch selber zweimal, einmal in dem Interview und einmal nochmal später, ich weiß gerade nicht mehr an welcher Stelle, dass sie keine Exorzistin ist. Das betont sie zweimal. Warum fängt sie jetzt an mit weiche, weiche? Ja, ja, genau. Da verstehe ich mich. Also, sie wollte sich ja eigentlich erstmal nur einen Überblick verschaffen über das Kind. Ja, ja, genau, richtig. Und ja, es ist ja so, dass sie ja dann zur Seite geht und wühlt ja dann auch auf dem Boden rum. Und dann meint sie, wie du gerade schon so schön gesagt hast, weiche und lasse dieses Kind in Ruhe. Und dann bleibt sie ja dann auch recht ruhig und dann nimmt sie sie, bringt sie zurück zum Bett. Und dann ist aber dein großes Kuzifix zu Boden gefallen oder von der Wand gefallen. Und das nimmt die Kleine auf einmal und sticht das Chris in die Augen. Das ist ganz bitter. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ist doch nicht euer Ernst. Ihr holt diese Frau nach 50 Jahren zurück in eine Fortsetzung, um ihr nach 5, 6 Minuten die Augen auszustechen beziehungsweise sie so aus der Story zu nehmen. Also, das war eine Enttäuschung, sage ich ehrlich. Genau. Und das war auch so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das finde ich wirklich schade an diesem Film, weil ich halt wirklich fest damit gerechnet habe, dass sie dann letztendlich am Ende im Exorzismus auch dabei ist. So, weil das war ja im ersten Teil schon so, dass sie da ja auch eher immer rausgeschickt ist. Und jetzt habe ich halt wirklich auf ihren Auftritt während des Exorzismus gewartet. Aber sie haben das natürlich dramatisch und sehr emotional geregelt. Ich finde das, also bei dieser Stelle zum Beispiel, auch wenn man jetzt meint, da gibt es keinen Grund, bei dieser Stelle liefen mir im Kino wirklich die Tränen runter. Weil ich hatte vorher die ganze Zeit in meinem Ohr, wie sie doch am Tisch sitzt bei sich zu Hause und Viktor dann sagt, ich wünsche mir, mein größter Wunsch ist es, meinem Kind nochmal in ihr süßes Gesicht schauen zu können. Und jetzt wird ihr letzter Wunsch quasi von diesem abgefuckten Dämonkind genommen. Ja, ja, ja. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Das hat mich sehr berührt. Ja, da hast du recht. Da bin ich so gar nicht drüber gefallen. Ja, das ist richtig. Ja, es ist so, dass wir ja dann einen Szenenwechsel haben und sind jetzt bei Vater oder Pater Maddox, der ja jetzt mit den ganzen Großen an der Kirche jetzt redet und sagt, es geht nicht anders. Wir müssen hier einen Exorzismus an den beiden Mädels vornehmen. Alle Zeichen sprechen dafür und das muss genehmigt werden. Und bitte, ich glaube, der Vatikan muss das genehmigen. Und geben Sie es bitte weiter. Und dann, ja, unsere Entscheidung, die steht noch aus, aber Sie werden dann Bescheid bekommen. Irgendwie sowas. Und dann haben wir ja dann Viktor, der bei Chris dann aufkommt. Sie hat ja ihre Augen verbunden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier wirklich als blind dargestellt wird. Ich will es ja wirklich nicht hoffen für sie. Es ist halt so, dass sie aber hier in der Szene zu schnell in Chatlaune ist. Ja, weil Viktor kommt und dann sagt er, es tut mir so leid, dass ich sie da mit reingezogen habe. Sorry, was ihm passiert ist. Und sie redet mit ihm eigentlich relativ normal. Also das hätte ich jetzt halt auch nicht erwartet, dass sie jetzt so in der Quatschlaune ist. Nach dem, was ihr gerade passierte. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Nur ich glaube, da sie, es ist natürlich jetzt weit hergeholt und ich bin mit meinen Interpretationen da immer sehr großzügig. Ich glaube, sie weiß, was er gerade durchmacht, indem sie ja, sie hat das ja selber erlebt. Und ich glaube, weil er sich jetzt so extreme Vorwürfe macht, dass ihr das passiert ist, versucht sie, ihnen trotzdem noch irgendeinen weisen Satz mitzugeben, um ihm halt trotzdem nicht irgendwie davon abzuhalten, diese Kinder zu retten. Deswegen glaube ich, sammelt sie da noch ein bisschen mit ihm. Aber das ist weit hergeholt. Du hast natürlich nicht Unrecht, sie will ihm ja immer noch helfen, aber er zählt, holen sie alle zusammen, trommeln sie alle zusammen und dann machen sie das und haben sie Glaube und so. Also sie ist dann so in, wie ich schon gerade sagte, in Chatlaune und am Tipps geben, wenn sie in dieser Situation eigentlich ganz woanders sein müsste mit ihren Gedanken. Wobei hier an dieser, ich glaube, das ist das, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte, wo ich nochmal darauf zurückkomme, wenn wir an dieser Stelle sind. Als der Film vorbei war und ich den im Kino gesehen habe, es gab jemanden, der wollte den auch sehen, ist aber nicht reingegangen, weil er meinte, ich habe so viel schlechte Kritik gelesen, ich tue mir das nicht an. Und dann weiß ich noch, habe ich eine Sprachnachricht verschickt, wo ich gesagt habe, ich habe noch nie so einen Film in dieser Art gesehen, der mich nachhaltig noch so beschäftigt hat, was meinen Blick auf die Menschheit betrifft. Weil sie sagt ja jetzt was ganz Wichtiges, wo man sich eine Lehre draus ziehen kann. Sie fängt ja an, davon zu erzählen, dass die Familien verbunden sind und dass es am Ende immer um die Menschen geht. Weil sie hat schon viele Rituale gesehen, ob es jetzt im Christentum ist, ob es beim Voodoo ist, ob es jede Kultur, sagt sie ja auch, ich habe alles gesehen. Aber eins ist immer gleich, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen oder das Schlimmste in ihrem Leben erleben und sie gehen meinetwegen in die Kirche oder in die Moschee oder wo auch immer. Eins ist bei jeder Kultur gleich und das sind die Menschen, die zusammenkommen und gemeinsam das Leid der Leute teilen. Und das ist so das, was mich nachhaltig noch sehr, sehr lange beschäftigt hat, weil ich wirklich gesagt habe, ja genau, das ist das. Die müssen jetzt da zusammen das machen, die müssen auf Kulturen ausweichen, die sind gemeinsam, das sind zwei Familien, die müssen sich jetzt zusammenschließen. Die müssen all ihre Kraft gemeinsam nehmen, um das irgendwie zu schaffen, die Kinder zu retten. Das hat mich sehr beeindruckt, was sie da gesagt hat. Mhm, ja. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Wenn man es so sieht, das stimmt schon. Ja, die schneiden ja da auch in verschiedene, einmal in die Kirche, einmal in, das ist auch noch so eine freie Kirche oder so, wo die dann alle zusammen feiern und beten und heulen. Es gibt ja auch diese Sekten in Amerika, wo die dann alle zusammensitzen und zusammen heulen. Und das ist wirklich so, ne? Das ist überall gleich. In jedem Glauben ist immer eine Gemeinschaft. Na gut, okay. Jedenfalls haben wir ja dann eine Montage, ne? Das ist ja dann so eine, die uns ja zeigt, dass sie jetzt diesen Exorzismus vorbereiten. Da kommt ja, der Pfarrer ist ja definitiv dabei, also der von der Kirche, meine ich. Und dann die Frau, die ja dann diesen Salbei verstreut hat bei ihm, die lässt er sich ja dann holen von dem Nachbarn von nebenan, der sie ja vorher angeschleppt hat. Und dann wird ja dann alles vorbereitet, die Stühle, die werden an den Boden genagelt, es wird so ein Kreis gezeichnet. Und ja, und dann haben wir dann irgendwann den Moment, wo es fast so weit ist, dass ja der Vater Maddox dann dazu kommt. Und er meint ja dann die Anne, ja, es ist alles vorbereitet, alle sind schon drin. Und dann sagt der Maddox, es tut mir leid, es wurde nicht genehmigt. Und dann meint sie, das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt leider so, ich kann da nichts machen, ich darf da nicht anwesend sein. Es ist nicht genehmigt worden. Die meinen, sie müssten in psychiatrische Untersuchung. Das ist natürlich auch schon Quatsch, ne? Also dann, ich meine, 73 waren sie nicht so streng, ne? Ja, er sagt da einen Satz. Wir wissen, dass Menschen auf beiden Seiten sterben. Das heißt ja, dass die, dass die jetzt schon einige Exorzismen hatten, wo man nachweislich auch mehrere Tote haben. Und die katholisch, genau, christliche Kirche, diese Institution, die sind natürlich vorsichtig, was alles angeht, was schlechte Schlagzeilen bringt, ne? Und wenn dann jetzt da, weiß ich nicht, am nächsten Morgen steht da, keine Ahnung, Pfarrer und Kind tot, christliche Kirche gab ihr okay für Exorzismus. Ist ja mittlerweile nicht mehr so, ne? Ich weiß nicht, meinst du, es werden noch Exorzismen so legal durchgeführt? Glaube ich nicht, oder? Ne, denke ich auch nicht. Ich meine, das haben sie ja schon 73 in der Version gesagt, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Er sagt doch Karas zu ihr, da müssen sie erstmal in die Zeitmaschine und zurück ins, keine Ahnung, 14. Jahrhundert oder so, sagt er. Sowas passiert einfach nicht mehr, seit man von psychischen Krankheiten weiß. Sehr interessanter Text. Genau. Aber die haben damals, das hat zugestimmt, jetzt aber stimmen sie nicht zu. Die N sagt, was soll sie denn machen? Sie brauchen ihn doch jetzt, er ist doch wichtig. Und dann meint er, gibt ihr denn die Bibel, gibt ihr den Godkruzifix und sagt, sie schaffen das, sie können das. Und ja, und der Pfarrer, der guckt halt auch dann nur zu, der von der Kirche. Und ja, und der Viktor geht halt auch rein, ne? Der sagt sich halt auch, ja, dann verpiss dich doch. Ja, mit oder ohne ihn, wir machen das hier, wir machen das hier trotzdem. So ist es. Wie die Mädchen dann ja geholt werden und wurden, das sieht man aber gar nicht. Die sind dann auf einmal da und sind an den Stühlen, Rücken an Rücken, miteinander verbunden. Also sitzen natürlich auf den Stühlen, aber gefesselt. Und es scheint dann auch unfassbar zu stinken und die kommen ja dann rein. Die Mädchen sind eigentlich bewusstlos, mehr oder weniger. Natürlich werden sie auch überwacht, also Herzschlag wird überwacht, das wird alles überprüft. Herzschläge von beiden sind sogar synchron. Sie hören also nur einen Herzschlag, aber es sind halt eigentlich beide, weil sie halt gleichzeitig miteinander laufen. Dann geht es eigentlich los. Dann haben wir eine recht lange Szene, die hier der Exorzismus ist, wo sehr viele verschiedene Dinge passieren. Wir haben hier ja die verschiedenen Kulturen, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite die Family, die ihren Prizer dabei haben. Und auf der anderen Seite haben wir halt Victor, der mit seiner Root Workerin dann ihre Rituale macht. Und wir starten quasi eigentlich mit der Familie von Catherine. Und die fangen dann natürlich an, diese Gebete. Und erst mal Text hier, Text da, alles was so Gott und Jesus und so angeht. Vorher werden auch noch diese Schutzamulette verteilt. Also es ist eigentlich immer so ein Ineinandergreifen der zwei Kulturen, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben, diesen Exorzismus anzugehen. Man schneidet ja immer wieder zwischendurch auf die Mädchen, die aber eigentlich noch nicht wirklich großartig reagieren. Das stimmt. Die gucken ja eigentlich erst mal nur so durch die Gegend. Eine grinst mal, die andere, weiß ich nicht, strickt die Zunge raus. Da passiert noch nicht ganz so viel. Denn die liest ja dann da das vor, was der Priester ihr dann mitgegeben hat. Und da reagieren die auch nicht so wirklich drauf. Die gucken sich halt auch noch ein bisschen um. Warum später, wenn dann die Root Workerin ihr Ritual anfängt, da merkt man schon eher, dass sie wirklich anfangen durchzudrehen. Dass sie dann auch diesen, was versprüht sie da eigentlich? Weißt du, was das ist? Sie hat ja vorher noch was geraucht und dann in der Wanne hat sie noch so eine Tinktur angemischt, womit sie die tränkt. Und darauf gehen die ja beide schon richtig krass ab, ne? Richtig, genau. Genau. Man kann natürlich nicht auf alles ganz genau eingehen, weil das ja wirklich sehr viele verschiedene Szenen sind. Das ist sehr, sehr viel, ja. Richtig. Es geläuft halt darauf hinaus, dass natürlich auch die ganz typischen Optionitäten kommen. Also die beiden, wie gesagt, sind ja Rücken an Rücken aneinander. Und dann kommt ja dann auch dieses Moment, wo er dann meint, wo Angela ihn ja anguckt. Und sie dürfen die beiden Mädels ja nicht berühren. Sie müssen ja auch außerhalb dieses Kreises bleiben, wo auch immer das herkommt. Und das wurde halt einfach 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 jetzt so entschieden, weil davon war ja im ersten Teil nicht die Rede damals. Es geht ja dann halt einfach los, dass halt, wie gesagt, die N das Gebete anfängt. Und dann klappern natürlich die Fensterläden. Und es bebt irgendwie. Und es ist ein Wind dadurch. Und das kracht auf dem, die Decke kracht irgendwie. Die also knacksen und der Dachbodendeckel wackelt. Das ist halt typisches Exorzisten-Feeling, was wir hier jetzt kennen. Richtig, genau. Das haben wir jetzt in jedem Film gehabt. Auch in Emily Rose ist das natürlich auch genauso. Und die Mädels, die verziehen die Gesichter. Und sie schreien. Und sie reagieren. Und dann machen sie irgendwie böse Sätze wieder. Und da, das ist halt relativ, relativ ähnlich alles zu anderen Filmen auch. Es ist so, dass die Frau, Viktor, irgendwann eine Schüssel gibt. Ich weiß nicht genau, wo sie das Wasser jetzt herholt. Aber da sagt sie, schütten Sie das aus in Richtung Osten, bitte. Und er geht. Und da habe ich mir so gedacht, was ist denn das für eine Regel? Das bitte ausschütten in Richtung Osten. Wer kam denn auf diese Idee? Und wenn das wichtig ist, dann müsste sie aber auch gucken, dass es auch wirklich richtig macht. Weil wenn ich jetzt durch meine Haustür gehe, ich weiß nicht sofort, wo Osten ist. Weißt du das? Ich habe mir die gleiche Frage gestern gestellt. Also wenn ich jetzt rausgehe und einer sagt, kippt das nach Osten. Ich glaube, ich würde erst mal ein Handy rausholen, um zu gucken, wo ist denn überhaupt Osten. Weil ich würde es auch nicht wissen. Klar, das ist bestimmt so ein Ritus-Ding. Und gerade in spirituellen Ritualen gibt es oft viele verrückte Regeln. Und viele verrückte Angehensweisen. Deswegen, das fand ich jetzt nicht so abwegig. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo Osten ist. Und das dann auch in so einen Gulli zu kippen, ich weiß nicht. Ja, ich hätte gedacht, er kippt das eher so Richtung, er soll das ja auskippen, eher so mit Schwung, weißt du, in Richtung Osten. Und nicht dann einfach nur abbiegen in die Richtung und einen Gulli kippen. Das hätte ich jetzt irgendwie auch mir anders vorgestellt. Das ist auf jeden Fall eine komische Regel. Hätte jetzt auch gefehlt, dass er einen ziehen lassen muss Richtung Süden, weißt du? Oder so. Aber auch da ist er absolut entspannt, ne? Er ist total ruhig, ja. Ich weiß nicht, was für einen Kampf er innerlich hat. Aber da muss ich wirklich sagen, da ist er wirklich. Also ich glaube, ich wäre rausgerannt, hätte das ausgekippt in irgendwelche Richtungen, egal wohin. Ob jetzt ein Gulli oder ein Busch oder weiß ich nicht. Und wäre wieder reingelaufen. Weil du willst ja auch deine Tochter nicht so lange alleine lassen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist wahr. Aber er ist wirklich entspannt. Und was er halt macht, während er das ausgibt, er sieht, dass der Vater Maradocz immer noch da ist. Und sitzt im Auto und macht seine Gebete. Woraufhin er klopft und sagt, der Kampf findet da drin statt. Nicht hier draußen. Und er verschwindet ja dann wieder ins Haus. Und ja, wir haben ja dann auch dann so Szenen während des Exorzismus ist, dass die Mädchen auf einmal so eine Art Rauch dann aus dem Mund verlieren. Der geht so nach oben. Da fragen sie sich, ist es vorbei? Weil kurz ruhig ist. Und dann nee, nee, nee. Es geht ja auch, fängt gerade erst an. Toni ist gar nicht dabei. Der steht eigentlich die ganze Zeit eher nur so auf dem Balkon. Und das kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich würde mich da auch eher nach draußen verpissen. Ich könnte das, glaube ich, auch nicht ertragen. Das ist eine ganz schlimme Situation. Ich glaube, er kann seine Tochter so nicht ansehen. Das ist für ihn wahrscheinlich sehr träglich. Verstehe ich auch. Ja, gut. Und dann ist es aber irgendwann so, und das ist natürlich hart, weil Angela sagt ja dann auf einmal in der dämonischen Stimme zu Viktor, du hast mich nie gewollt. Und dann, dein Baby, du wolltest die Mutter oder du hast mich abgewählt. Irgendwie so, ne, ist es so. Und das ist natürlich schon krass. Er ist ganz entsetzt, ne. Sieht man das auch? Sieht man in der Rückblende, dass er zum Arzt sagt, retten Sie sie, nicht das Baby? Ja, das sieht man, ne. Ja, da wird nochmal zurückgeschnitten in die Rückblende. Und da sagt er, retten Sie meine Frau. Und das ist ja auch immer so ein Dämon-Ding, ne. Die gehen ja immer auf den wunden Punkt desjenigen. Man sagt zwar immer, man soll nicht drauf eingehen und man soll bloß nicht drauf hören, was der sagt. Und ja, dann treffen sie immer den wunden Punkt. Und er hat sich ja damals für seine Frau entschieden. Aber seine Frau ist ja dabei umgekommen, worauf sich der Dämon natürlich lustig macht und sagt, dein Gott hat dich veräppelt, ne. Der hat dich verarscht. Und das ist ja eigentlich schon mal so ein kurzer Vorgeschmack darauf, was ja eigentlich noch kommt, ne. Richtig. Er entscheidet sich für die Frau, aber sein Kind überlebt. Also genau das, was er nicht entschieden hat. Ja, aber letzten Endes ist es ja später Toni, der entscheidet. Und nicht er, ne. Aber es ist trotzdem die gleiche Art der Verarschung wie damals. Nur halt, dass es Viktor getroffen hat natürlich und dann jetzt Toni und Miranda trifft, ne. Ja, das ist schon heftig, wenn du da eine Entscheidung triffst. Und stell dir vor, du entscheidest dich für deine Frau. Im Endeffekt passiert das dann nicht. Das heißt, du hast schon damit gerechnet, dass sie überlebt. Und dann kriegst du, kriegst du denen die Nachricht, ja, es war doch der andere Teil, der überlebt hat. Richtig, ja. Ja, das ist schon hart. Ja, bitter. Das stimmt. Und, na gut, und dann kommt halt dieser Moment, ne, dass sie halt sagen, das machen wir jetzt nochmal. One girl dies. Aber ich dachte eigentlich, dass Viktor hier entscheiden soll. Aber letzten Endes ist es ja egal, wer entscheidet. Aber ich hab das immer darauf entschieden, also so verstanden, dass Viktor hier entscheiden soll. Und dann sagt aber auch die Miranda, nee, das können wir nicht entscheiden. Das können wir einfach nicht entscheiden. Diese Wahl können wir nicht treffen. Weil natürlich jeder sein Kind wählt, das ist völlig klar. Und während die dann so da am Überlegen sind und sagen, das geht so nicht, kommt auf einmal Vater Maddox rein. Das fand ich eine gute Sache, dass er sich dazu entschieden hat, zur Hilfe zu kommen. Fand ich super. Und dass es natürlich für alle eine große Erleichterung ist, ist natürlich auch klasse. Ich fand's nur nicht so gut, wie sie mit dem ganzen Ding umgegangen sind, weil sie sich ja dazu entschieden haben, ihn nach wenigen Momenten schon wieder rauszunehmen. Denn, wir alle wissen es, es kommt dann natürlich auch eine Hommage an den ersten Teil damals, diese Szene, dass ihm, ja, irgendeine unsichtbare Macht den Kopf jetzt nach hinten dreht. Und während er da so ist und halt, ja, den Mädels, die Hand auf den Kopf legt, wird auf einmal sein Kopf einmal komplett, einmal komplett rumgedreht, glaube ich sogar, ne? Also, also ziemlich extrem. Also, ihm wird das Genick gebrochen oder nach hinten zumindest. Ja, genau, nach hinten. Also, wenn er fällt, dann fällt er quasi mit dem Rücken auf den Boden, aber der Kopf liegt dann halt auf, also das Gesicht liegt auf der Erde, ne? Also, einmal nur nach hinten. Ich finde es auch schade, er bricht ja eigentlich alles, was sie vorher gesagt haben. Er geht in diesen Kreis, er fasst den Mädchen an den Kopf. Das stimmt. Und man denkt auch, dass das funktioniert. Aber dann kriegt er natürlich direkt die Quittung dafür, ne? Dass er es halt so behandelt hat. Ist natürlich schade, aber auch nochmal dramatisch, weil er ja eigentlich gesagt hat, wir machen das nicht, beziehungsweise die, die haben gesagt, nee, wir machen das nicht. Und ausgerechnet, er stirbt dann natürlich, ne? Ja, das ist bitter. Aber weißt du, eigentlich müsste Regan ja damals auch gestorben sein, ne? Weil, guck mal, sie hat sich so übel verletzt und wir wissen ja auch, dass ihr Kopf einmal komplett rumgegangen ist. Und trotzdem hat sie am Ende des Films nur so ein paar Wündchen im Gesicht. Also, da müsste man eigentlich sagen, das Mädchen muss mehrfach tot sein. Hier ist es so, dass das Gleiche passiert und der Vater Maddox ist tot. Allerdings ist er auch hier nicht der Besessene. Das kann halt immer noch so erklären, ne? Ja, genau. Okay. Ja, Maddox bricht zusammen. Er ist ziemlich, sie sind alle erschrocken. Anne auch. Was zum Teufel, was machen wir jetzt bloß? Und dann geht der Victor in ein anderes Zimmer, holt den Schal von seiner Frau, legt ihn der Angela um und sagt, guck mal hier, das ist der Schal deiner Mutter. Den wolltest du doch haben. Es tut mir leid, dass ich ihn dir weggenommen habe. Hier, nimm den Schal. Und sie guckt ihn so an, so, höh, höh? Weißt du, so, wie sie ihn so anguckt, ne? Er hat halt überhaupt keine Ahnung, was das soll. Aber trotzdem gut gespielt. Also, man sieht jetzt nicht so raus, dass Angela ihn erkennt, den Schal, ne? Wobei, es ist ja eigentlich im Prinzip Angela, die gerade reagiert, weil wir sehen ja, dass die beiden Herzen unterschiedlich schlagen. Das heißt, sie hat gerade für einen kurzen Moment die Überhand bekommen über den Dämon. Ah ja, stimmt. Sie ist ja ganz, ganz, ganz kurz, sie ist ja wieder an der Oberfläche und hat, deswegen kullern ihr ja auch die Tränen runter. Und das hat die Kauschspielerin unfassbar gut umgesetzt, dass sie von diesen, ich bin besessen und dann auf einmal so, oh mein Gott, das ist der Schal. Ich weiß nicht, was los ist. Mir geht's nicht gut. So, keine Ahnung, wie komme ich hier raus? Und da hat er ja eine Verbindung zu ihr und sagt, du musst nur meiner Stimme folgen, dann klappt das. Und er hat sie ja schon fast. Und man sieht das, dass die Herzen unterschiedlich schlagen. Wobei, ich muss da auch mal ganz kurz, ich meine, klar, Anne arbeitet im Krankenhaus, aber findest du es normal, dass man mal eben so aus dem Krankenhaus zwei Monitore und einen Defibrillator mitgehen lassen kann? Weiß ich nicht. Ja, gut, okay. Das ist natürlich richtig, ja. Also, ich nehme das mal eben mit heim. Ja, genau. Ich nehme es mal gerade mit heim, ich bringe es aber morgen wieder. Ja, ich habe was vor zu Hause. Hast du recht, ja. Aber wir sollen das natürlich verbilligt bekommen, dass das mit dem Herzschlag und dass er sie ja auch fast hat. Und es wäre ja auch fast, es hätte ja auch fast geklappt, dass sie sich selber losreißt, ne? Richtig, ja. Aber dann haben wir ja Father of the Year, ne? Das stimmt. Der ja dann reinspringt. Also, es ist so, die beiden Mädels, die sind halt, ja, die große Frage ist immer noch, wer wird gewählt, wer wird gewählt. Dann haben wir natürlich so ein paar Ekelszenen, dass Angela jetzt Blut rotzt und das fliegt aber dann auch an die Decke. Die Decke, die bricht auf und es kommt Blut raus. Ist natürlich alles so ein bisschen horrorhafter Kram, den sie noch mit reingeschnitten haben. Und dann ist dann so dieser Moment, dass, du hast es gerade gesagt, der Toni auf einmal dann ruft, ich wähle Catherine, ich wähle Catherine. Und dann sagt auch Miranda, nein! Ja, also so um den Dreh, er hat es doch auch nicht gemacht. Also, dann machst du das doch auch nicht, obwohl natürlich klar ist, dass er seine Tochter wählt. Das ist ja verständlich. Aber er konnte einfach nicht mehr und er hat es jetzt gesagt und Angela wird noch so ein bisschen hin und her geworfen, so oder gezuckt in der Luft und dann fällt sie zu Boden. Und wir hören auch direkt ein Piepen, ne, auf dem Monitor, also, also Nulllinie und die, ähm, Catherine wird recht schnell normal, ne? Also, sie ist so einen kurzen Moment normal, sagt doch, Mom, Dad, auf einmal so, ne? Ja, und, äh, ja, Victor kriecht ja zu Angela und, äh, wie schon gesagt, wenn man ein Kind hat, im Alter ist es, ist es schwer. Guck, mir hat es wirklich tierisch leidgetan. Ich fand es echt bitter. Und dann, aber auch sehr schnell ist es aber so, dass wir sehen, dass, äh, Catherine wieder verschwindet geistig. Sie ist plötzlich wieder abwesend und wir sehen sie in diesen, in dieser Höhle praktisch, ja, wo sie von Händen gegriffen wird. Und reingezogen wird ins Wasser. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Währenddessen hört sie aber ihre Eltern rufen, ne? Sie sagt, komm, 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 komm zurück. Und sie sucht ja auch ihre Eltern, aber, ja, wie gesagt, wird dann gegriffen und ins Wasser gezogen. Also, es wird halt so angedeutet, so ähnlich wie Drag Me to Hell, ne? Dass, also, das Mädchen jetzt genommen wird und wird mitgenommen. Sie ist diejenige, die stirbt und die andere jetzt dafür diejenige, die lebt. Ne? So muss man es verstehen. Genau, ich würde ganz gerne, ich hatte am Anfang gesagt, dass in diesem Film verbildlicht wird, was wir vorher noch nie gesehen haben in so einem Film. Und, ähm, das ist kurz bevor, äh, Catherine stirbt. Da schwebt, da schwebt ja Angela in der Luft. Ja. Und man sieht das, was du vorhin meintest mit diesem Gruselfaktor. Man sieht ja so, wie was aufbricht mit Blut und Händeringen so an so einem Schleim vorbei. Man sieht auch so, ähm, ein komisches, nacktes Vieh. Und das, das ist mir im Film direkt aufgefallen. Da musste ich mir nichts durchlesen oder so. Das zeigt von innen, wie sie sich gerade durch ihren Körper durchkämpft, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Das heißt, du siehst im Körper diesen Kampf zwischen Dämon und Seele. Also, die Seele des Besessenen und den Dämon selber im Kampf quasi im Körper drin. Also, man, man kriegt verbildlicht, was das, wie das, wie das drin aussieht. Ich kann es kaum erklären, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Ja, klar, ich kenne es ja. Und das fand ich, das fand ich so grandios. Und das, du, du denkst ja immer, okay, der ist jetzt da drin, der hockt da und der drückt die runter. Und gut, das erzählt man immer. Aber man hat es noch nie gesehen, auch wie sie sich da rauskämpft, wie sie mit den Händen so eine Wand durchbricht und quasi wieder rausklettert, wie aus so einer Eierschale quasi. Das, was du meintest mit dem, dass sie ja da in diesem Tunnel ist wieder, wo es ja alles angefangen hat, denke ich mal, ist ja so. Das wird dieser Tunnel sein, wo sie sich da zu dieser Seance getroffen haben. Und der Vater hat ja quasi die Seele seiner Tochter an den Teufel verkauft, weil er hat ihn ja ausgetrickst. Der hat gesagt, wähle. Ja. Und er hat gewählt und damit, ich wähle dich. Und damit hat er quasi die Seele seiner Tochter an den Teufel verkauft, der sich die jetzt holen geht. Sie sitzt da und fragt, was ist los? Und sie hört ihre Eltern, aber wird dann halt nach unten gezogen in die Hölle. Ist natürlich weit hergeholt, aber wäre jetzt meine Theorie dazu. Ja, klingt auch logisch. So habe ich es auch verstanden, ja. Ja, es ist halt so, dass natürlich dann später die Polizei da ist. Sie rufen ja auch sofort erstmal Krankenwagen. Da ist ein 13-jähriges Mädchen, Herststillstand und wir brauchen dringend Hilfe. Und sie versuchen ja dann auch in späteren Szenen alles denklich Mögliche. Aber dieses, ja, kleine Mädchen ist halt einfach nicht mehr da. Stattdessen ist Viktor, der damit überhaupt nicht mehr gerechnet hat, mit seiner Tochter jetzt, die gesund ist. Und wir sehen, dass sie untersucht wird und es scheint ihr gut zu gehen. Genau. Ich finde in der Szene, wo Catherine stirbt, allerdings, das wird so ein bisschen gezogen. Und ich habe mich gefragt, warum fangen die so spät an, die wiederzubeleben? Die haben ja einen Defibrillator, alles dabei, aber die patschen erstmal eine halbe Stunde dabei ihr auf der Wange rum. So, Catherine, komm wieder, patsch, 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 so auf die Wange. Und dann denke ich mir, leg die auf den Boden, versuch die wiederzubeleben und gut ist. Aber das dauert einfach unfassbar lange. Klar, das ist alles ein bisschen dramatisch länger gezogen, weil ja da auch die innige Wiedervereinbarung von Viktor und Angela ist. Wenn mein Kind da auf dem Stuhl sitzt und einen Herzstillstand hat, dann fange ich da nicht an, zehnmal ihren Namen zu rufen, sondern dann erstmal versuchen, wiederzubeleben. Ja, richtig. Aber das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, ne? Genau. Ja, diese ganze Szene ist natürlich recht emotional, ne? Also wir haben ja auch dann die Anne, die so eine Rede hält, das kann ich aber unmöglich wiederholen jetzt. Und die sie halt dann so gibt, während sie mit der Polizistin spricht. Wir sehen, dass Viktor das Grab seiner Frau besucht. Ja, dann, also es ist halt einfach ein, auch mit dem Soundtrack in Verbindung, eine emotionale Szene. Es sind emotionale Minuten halt, ne? Das ist klar. Ja, und dann haben wir dann, jetzt kommen wir zum Ende, die Szene mit der Chris, die jetzt Besuch bekommt und man denkt sich natürlich, okay, wer kommt denn da? Und dann ist es tatsächlich die Regan, die auf einmal zu ihr kommt. Ich finde es ja nicht ganz so toll, dass sie sich entscheidet, ihre Mutter dann doch mal zu besuchen, wo sie sie nicht mehr sehen kann wahrscheinlich. Nein, ich meine, sie hätte sie auch vorher besuchen können. Naja, gut, okay, ich meine, das halt ist, natürlich hat sie das erfahren, dass ihre Mutter halt schwer verletzt ist und jetzt hat sie sie besucht. Es war eine überraschende Szene und ich habe damit nicht gerechnet. Das hat mich dann doch überrascht. Ich habe sie nicht mehr erwartet hier und ich wusste es auch nicht. Ich hatte es vorher nicht gehört, aber es war trotzdem schön gemacht, ne? Es hat mir trotzdem gut gefallen. Aber wie ich vorhin schon sagte, mich berührt es mehr, weil wir hier diese Schauspielerinnen haben, die 1973 miteinander schon spielten und sich jetzt nach 50 Jahren wiedersehen. Also haben sie ja vorher schon, aber na, du weißt, was ich meine. Ja, genau. In Ordnung. Und damit ist der Film zu Ende. Und ich muss tatsächlich David Gordon Green ein Kompliment aussprechen, muss ich wirklich sagen, weil er sich jetzt Regisseur, wahrscheinlich wissen wir einige schon, was ich sagen möchte, weil er sich als Regisseur dazu entschieden hat, den Film hier mit ganz, ganz toller, emotional behaftetem Soundtrack zu beenden. Wir haben Tübo der Bells drin, logischerweise, und aber auch einen ganz, ganz, ganz tollen Chor noch mit. Also das Lied ist wirklich sehr schön umgeschrieben worden, was ja, wie gesagt, auf Mike Oldfield basiert, aber es passt wunderbar zu dem Moment. Also ich habe beim ersten Mal schauen, ich habe es ja vorhin gesagt, im Zug und auch heute Morgen, als ich ihn fertig geguckt habe, den gesamten Endspann laufen lassen, weil die Musik einfach so schön reingepasst hat und das Ganze halt einfach so emotional erfüllte. Und wenn da jetzt irgendeine Scheiße an Musik gekommen wäre, hätte ich sofort ausgemacht, das hätte mich wieder geärgert. Das magst du ja nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich weiß nicht, warum man das tut. Ich habe gestern im Kino Long Legs geguckt und er hat wirklich super atmosphärische Bilder, einen atmosphärischen Anfang und ein atmosphärisches Ende und wird aber mit Get It On beendet, was ein gutes Lied ist, aber halt auch einfach die Atmosphäre wieder kaputt gemacht hat. Und man muss halt einfach damit rechnen, dass das heutzutage passiert. Es ist halt einfach so. Es ist ein Klischee, was auch immer. Keine Ahnung. Aber hier ist es nicht passiert zum Glück. Es wäre tierisch ärgerlich gewesen und deswegen habe ich auch den Endspann laufen lassen, weil das richtig toll war. Ich habe mir sogar den Soundcheck rausgesucht bei Spotify. Das ist eine gute Sache. Ich muss auch sagen, ich finde, ich bleibe im Kino auch beim Abspann grundsätzlich sitzen, weil es ist auch schon ein, zwei Mal passiert, dass man dann doch noch so eine After-Credit-Scene verpasst hat. Aber gerade wenn du sagst, so ein nettes Stück am Ende, kann man sich gut reinziehen. Finde ich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, muss ich auch sagen. Naja, und damit ist der Film zu Ende. Damit haben wir eben besprochen, nach so vielen Monaten. Ja. Wie hat dir denn dein erster Auftritt gefallen? Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte sehr, sehr großen Spaß. Es hat mir wirklich den Abend versüßt, Alexa. Oh, das hast du schön gesagt. Das hast du ganz schön gesagt. Den Abend versüßt sogar. Meinst du denn, du kannst dir zutrauen, nochmal mit dabei zu sein? Ja, eigentlich haben wir ja noch was geplant gehabt, ne? Ich glaube, das sollten wir dringend tun, weil ich möchte doch ein bisschen, ich habe ja ehrlich gedacht, bei vielen Filmen sind wir uns sehr unterschiedlich in der Meinung. Also ich höre ja dich fast täglich. Oh, das ist schön. Und ich bin oft nicht deiner Meinung. Okay, okay. Ich hatte eigentlich heute gedacht, dass du auch einer der Kritiker bist, aber ich bin sehr, sehr happy, dass wir uns so toll über diesen Film austauschen konnten. Wirklich. Und deswegen brauchen wir eine Läster-Folge das nächste Mal. Ganz dringend. Das heißt, wir beide lästern miteinander, ja? Ja, ja. Okay, in Ordnung. Ja gut, Kira, du, da möchte ich mich bedanken für deine Zeit. Wir haben eine sehr schöne, lange Folge hinbekommen. Ich zum Abschluss muss auch nochmal erwähnen, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist hier kein schlechter Film, meiner Meinung nach. Es gibt so viel Scheißdreck, den wir bekommen, der großartig gehypt wird und dann Müll ist. Und hier ist es einfach nicht so. Der Film hat uns das geboten, was ein Exorzismusfilm bieten muss. Und ich kann nicht verstehen, warum er jetzt so zerrissen wird von so vielen auch Hörerinnen und Hörern. Also ich habe ja vorhin vorgelesen und klar, natürlich ist es, jeder hat da seine eigene Meinung, aber ich weiß halt einfach nicht, was ein Film aus dem Bereich dann sonst eben bieten soll. Ja, also das verstehe ich halt einfach nicht. Ich weiß nicht, was dann halt eben kommen muss und kann da draußen euch alle nicht verstehen, aber ich akzeptiere natürlich eure Meinung. Hast du noch ein Fazit? Oder ein letztes Wort? Ein letztes Wort? Oh, ich bin bei sowas immer ganz schlecht, weil ich meistens den Punkt nicht finde. Dann sag ein erstes Wort. Ein erstes Wort. Wie am Anfang schon erwähnt, der Film zieht eine große Lehre, die sehr gesellschaftskritisch ist mit sich, ist bildlich so mega gut umgesetzt. Ich finde auch die ganzen Effekte, die die drin haben, das Make-up. Ich fand den Film super. Ich kann ihn jedem empfehlen, obwohl er so schlechte Kritik hat. Generell gucke ich mir keine Kritiken mehr an, mache mir immer ein Bild selber von dem Film. Ein eigenes Bild machen ist auf jeden Fall wichtig, das stimmt. Ja. Okay, in Ordnung. Gut, alles klar. Du, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Gerne wieder. Nächstes Mal machen wir unsere Listerfolge, wie du gesagt hast. Herzlich gerne. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen restlichen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.